Ein herzliches Willkommen, Episode 47. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Shisha-Cast, Episode 47. Ein wunderschönes Hallo von mir und dem lieben Alex. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, guten Tag. 47 Folgen haben wir jetzt, Alex. Ja, 47 Folgen innerhalb von dreieinhalb Jahren. Wir haben eben schon ein bisschen, weil der Alex spielt das immer so runter und sagt dann so, jo, wir wollten eigentlich viel mehr aufnehmen und jetzt haben wir aber erst 47 Folgen. Ich bin der Meinung, ja, Zugeständnis, wir hätten das ein oder andere Mal ein bisschen weniger Pause machen können und so, aber das Projekt Shisha-Cast lebt seit dreieinhalb Jahren und mit mehr oder weniger regelmäßigen Folgen. Und wir haben bald 50 Folgen voll. Und ich finde das schon ziemlich nice. Ja, das ist eigentlich schon echt cool. Vor allem, es erstreckt sich halt mittlerweile wirklich über so einen Zeitraum. Das ist wirklich krass. Was wir mal wirklich mal wieder machen könnten, was wir eigentlich am Anfang geplant hatten, den einen oder anderen Gast. Das auf jeden Fall. Also Gäste, ich würde zum Beispiel total gerne mal den Esan einladen von Aino und mit dem über Tabakproduktion reden, weil ich finde Esan ist und Aino, also Esan ist der Chef von Aino. Ich finde Aino ist ein hervorragendes Beispiel für dranbleiben und dann wird das. Ja, weil wenn ich zurückdenke an die ersten Prototypen von Aino, wo ich noch nicht so überzeugt war und es waren relativ viele Ästchen drin und sowas, bis heute, wo der Tabak wirklich geisteskrank solide ist, die ein paar Banger-Sorten rausgebracht haben, uns mittlerweile auch noch den Dark Blend gibt und die jetzt auch noch ein Zwei-Komponenten-Ding machen wollen. Also die Entwicklung finde ich krass. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, allgemein haben wir ja eigentlich wirklich gute Möglichkeiten, ein paar Leute innerhalb der Szene einzuladen, einfach mal so ein paar Insights zu geben. Also wenn ich überlege, wir kennen Emre von Shades auch sehr, sehr gut. Hokka-In wäre vielleicht mal ganz cool, wenn Johannes hier reinsetzt. Können wir mal über die Social-Media-Strategie reden. Nee, aber das wäre, glaube ich, noch so ein Punkt, wo ich sagen würde, das wäre, glaube ich, ganz cool. Ja, lass das mal angehen. Lass das wirklich angehen. Auch, und dann nehmen wir kurz was vorweg, auf der Inter-Tabak können wir ein paar Leute fragen. Inter-Tabak kommen wir aber gleich nochmal drauf. Erstmal die Frage, Alex, how are you doing? Wollen wir erstmal, bevor, how are you doing, kommen davor-Setups oder kommen danach-Setups? Ja. Ja, das ist Interpretationssache. Ah, okay. Das kommt auf die Mond- und Sonnenstellung an. Ah, das macht voll Sinn. Heute wäre tatsächlich zuerst Setup, da hast du absolut recht. Aber davor, noch ganz kurz angemerkt, Werbung, der Shisha-Cast ist gesponsert von Mose. Da steht Werbung. Ich habe gerade hier so was, was machst du da drüben? Streckt der sich jetzt mit dem Shisha-Cast oder was wären das hier für Übungen? Nee, genau, also vorangemerkt. Für alle, die Audio hören, ich habe gerade im Video auf den Werbung Hinweis gezeigt. Aber damit auch die Leute Bescheid wissen, die nur hören, Werbung. Genau. Aber dann können wir eigentlich in die Setups rein starten, würde ich sagen. Du musst noch Danke an Mose sagen und dass der Shisha-Cast von Mose präsentiert wird. Ja, genau, Shisha-Cast. Und dass Mose uns genau das bezahlt, was wir dem Basti bezahlen. Und dass wir eigentlich nur aufhören rausgehen. Ja, aber wir haben auch keine Kosten mit dem Shisha-Cast. Das stimmt, ja. Das stimmt. Außer Strom und Location und Equipment. Und Zeit. Zeit und... Ja, nee, der Shisha-Cast ist präsentiert von Mose und wir sind froh, dass Mose uns da supportet, sodass wir nicht noch mehr Kosten mit dem Shisha-Cast haben. Das stimmt, ja. So. So. Dann starten wir aber mit den Setups rein. Fange ich einfach mal mit mir an. Ich habe mir mal wieder eine Alpha Hooker Mars geschnappt. Habe ich ewig nicht mehr geraucht. Hatte ich Bock drauf mit einer schönen... Mars? Es ist nicht Mars? Nee. Wer heißt die denn? Es ist Stratos. Sag ich doch. Was war denn Mars? Ich weiß gar nicht, ob es eine Mars gibt. Hoop war Mars, ne? Ja. Von Hoop war Mars. Von Hoop gibt es eine Mars? Ja. Nee, Stratos, sag ich doch. Ja. Audio-Bug. Komisch. Passiert manchmal. Mit einer wunderschönen Caesar-Trop-Ball. Und oben drauf habe ich den neuen Hooker in Shroom. Und gebaut habe ich mir Tangiers 87, das ist die Kiwi. Mit dem... Wie findest du den Kiwi? Ich finde den eigentlich ganz gut. Ich finde den nämlich auch gut. Und Hassi hat gesagt, der riecht nicht gut. Und ich habe gesagt, der ist ein dummen Kopf. Ich finde, der riecht und schmeckt saugut. Also geruchlich, muss ich sagen, geht das halt wirklich eher in so eine süße Kiwi. Deswegen kommen wir auch zu meiner Mix-Zusammenstellung. Weil ich habe mir gedacht, Traube-Kiwi, Standard-Mix. Ich habe hier noch den Cray Mind von Foculor rein. Und weil ich gerne noch ein bisschen Säure drin haben wollte, habe ich mir noch so ein Gebelchen Quizmove von Mastef rein. Und ich muss sagen, der Mix schmeckt richtig gut. Nice. Muss mich gleich mal probieren lassen. Ja, sehr gerne. Welchen Mix ich habe, kann ich euch tatsächlich gar nicht sagen. Da muss der Alex einmal aushelfen. Ich weiß nur, Peach ist drin. Genau, du hast Candy Peach von Foculor. Zusammen mit 4Play on the Peach von Tangiers. Und auch noch so ein bisschen Cane Mint. Ebenfalls von Tangiers. So für die leichte Minznote. Leichte kühle Note. Genau. Schmeckt auf jeden Fall sehr geil. Double Peach Mint. Genau. Double Peach Mint. Nice. Das Ganze habe ich auf der Flashbang von Emotion. Und darunter ist die Blogger Meat Cesar Bowl. Also das war damals eine Cesar Bowl, die über Mose bei Cesar produziert wurde. Die sie exklusiv für das Blogger Meat gemacht haben. Blogger Meat war so ein Event, wo wir mit ein paar Bloggern ein paar Wochen in einem Airbnb einfach von uns für uns organisiert. Müssten wir eigentlich 2024 unbedingt angehen. Eigentlich schon. Hätte ich schon mal wieder Bock drauf. Ich habe letztens mal mit Dennis zufällig drüber geredet, dass das Event ja eigentlich richtig cool wäre und dass man das jetzt eigentlich nochmal ein bisschen größer aufziehen könnte. Ist so. Und das wäre eigentlich echt nice. Ja, finde ich auch. Sollten wir auf jeden Fall angehen für 2024. Ja, denke ich auch. Das ist wieder so ein Ding, was man sagt und dann verfällt es wieder instant. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Ja. Realistisch gesehen ist auf jeden Fall bei allen viel los. Oh ja. Und deswegen die Frage, was war denn so bei dir los, Alex? Ich muss sagen, seit der letzten Cast-Aufnahme gar nicht mal so viel. So das typische Arbeiten, Gym. Ich war aber mal wieder mehr im Kino, muss ich sagen. Ich war einmal mit meiner Freundin in Barbie. Da hat sie sich ausgesucht. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne noch in Oppenheimer gehen. Ich hatte literally genau denselben Deal mit meiner Freundin. Ich gehe mit ihr in Barbie, sie geht mit mir in Oppenheimer. Ja, genau. Hat deine Freundin in Oppenheimer durchgeguckt? Also ist sie eingeschlafen oder hat sie geguckt? Sie ist nicht eingeschlafen, aber ich versuche sie noch so ein bisschen an OV zu gewöhnen. Ah, du warst in der... Ich war in IMAX und OV. Also IMAX, sehr geil. OV weiß ich nicht, ob ich mir Oppenheimer gegeben hätte. Also das Ding ist halt, ich mache das jetzt seit Englisch-Abi-Zeiten. So, ich glaube, ich habe 2013 oder 2014 Abi gemacht. Und seitdem gucke ich alles auf Englisch. Ich lese auf Englisch, mein Handy ist auf Englisch, mein PC ist auf Englisch. Alles, was ich in meinem Leben auf Englisch haben kann, ist auf Englisch. Ja. Und deshalb ist es für mich mittlerweile vollkommen irrelevant, ob ich Deutsch oder Englisch höre. Es ist für mich wirklich eins zu eins dasselbe. Es gibt ab und zu mal ein Wort, was ich auf Englisch nicht kenne. Das wären aber auch Wörter, die ich dann nicht auf Deutsch kenne. Das war, wenn ich irgendwie, weiß nicht, als ich damals angefangen habe, Suits zu gucken oder so, was ein Zepina ist, wusste ich am Anfang nicht. Aber ich hätte ja auch nicht sagen können, wie das auf Deutsch heißt. Ja. Und ja, aber abgesehen davon macht es für mich keinen Unterschied. Und ich bin mittlerweile leider so eine anstrengende Person geworden, die keine Synchro mehr gucken kann. Wenn es ein deutscher Film ist, ist es obviously okay, auf Deutsch zu gucken. Aber wie viele deutsche Filme gucken wir? Kaum. Sehr wenige. Und alles, was auf Englisch gefilmt wird, will ich auch auf Englisch gucken. Teilweise leider echt zum Leid meines Umfeldes, gerade mit meiner Freundin. Die hat da manchmal dann noch nicht so Bock drauf. Ich kann es einfach nicht mehr anders. Ja, verstehe ich. Also ich bin auch wirklich eher so der Typ, wenn ich halt, entweder ist es ein Film, wo ich aktiv zuschaue, dann könnte ich mich noch überreden lassen. Aber da kommt es auch wieder auf den Film drauf an. Wie gesagt, Oppenheimer weiß ich nicht, ob ich mir den auf Englisch gegeben hätte. Also ich glaube, das wäre schon anstrengend gewesen, glaube ich. Ich bin da wahrscheinlich die falsche Person, um darüber zu diskutieren. Für mich war es vollkommen okay. Also ich hatte keine Probleme mit Oppenheimer auf OV. Meine Freundin war dann so, man muss halt auch sagen, wenn sie das mal irgendwie eine Stunde für eine Serie durchziehen muss, ist das okay. Mal anderthalb Stunden für einen Film, auch okay. Die Kombination aus Oppenheimer und der sehr ausführlichen Erzählweise und dann noch OV war maybe auch ein bisschen zu viel. Ist deine Freundin komplett eingepennt? Meine Freundin ist irgendwann, hat sie die Augen zu gehabt, ja. Okay, also so weit ist es bei uns nicht gekommen. Aber für Begeisterung für Oppenheimer OV hat es auch nicht gereicht. Ja, ich muss auch sagen, Oppenheimer ist auch so ein Film, ich verstehe, wenn man den einfach nicht so spannend findet. Also ich glaube, wir haben da nochmal eine andere Faszination für, auch was so das Filmerische angeht. Und dann, mich interessiert einfach so die Person Oppenheimer und was da alles passiert ist und wie es erzählt ist. Aber völlig nachvollziehbar, wenn einen die Thematik nicht interessiert und es halt am Ende einfach nur ein Film ist. So jetzt mal davon abgesehen, von der Erzählweise, wie hat es der Regisseur inszeniert, wie wurde gefilmt. Ja, genau. Aber das ist halt so, ja, es ist ein Film. Es ist ganz gut gemacht. Ja, also man muss schon sagen, für nicht filmbegeisterte Leute wäre es wahrscheinlich wirklich besser gewesen, wenn man da noch eine halbe, dreiviertel Stunde rausgecuttet hätte. Kleine Spoiler-Warnung, es gibt mal zwei, drei Minuten, wenn ihr es nicht hören wollt. Aber ich fand zum Beispiel auch den Part um die Verhandlungen danach, also die Atombombe-Test, alles supi, bla bla bla. Und dann die Verhandlungen im Nachhinein, ob ihm sozusagen die Lizenz entzogen wird. Das fand ich auch, da habe ich nicht ganz verstanden, warum das noch so ausgetreten wurde. Ja, ich meine, ja, es ging, es hieß nicht, erste Atombombe der USA, es hieß Oppenheimer und es gehört zur Geschichte von Oppenheimer dazu. Ja. Aber irgendwie war das so, die Climax von dem Film war für mich gefühlt nach der Explosion, war der Spannungsbogen weg. Weiß ich nicht. Also nicht ganz, aber ich finde irgendwie so 80 Prozent von dem Plot war dann durch. Ich muss sagen, das fand ich am Ende sogar noch relativ spannend. Also ich fand das auf jeden Fall auch, so wie es erzählt wurde, auch in der Ausführlichkeit, hat das auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, Relevanz gehabt. Ich fand so diese ganze Vorgeschichte super ausführlich, wo ich gesagt hätte, okay, das fand ich geil. Das fand ich geil, da war ich dabei. Der hat sich wirklich Step by Step, langsam aber stetig, hat er sich auf diesen Punkt hingearbeitet, der Film. Und dann, boom. Und auch, wie die Explosion dargestellt wurde und alles. Es war so fucking gut. Und dann kam noch die Verhandlung. Ja, okay. Ja, ich verstehe den Point auf jeden Fall. Die Auflösung mit, was hat Einstein gesagt und sowas. Das fand ich krass. Aber, ja, weiß ich nicht. Also mit dem Ende bin ich nicht, deswegen ist es für mich eine 9 von 10. Das Ende hätte für mich ein bisschen cooler sein können. Ja, für mich ist es auch keine 10 von 10. Ich hätte jetzt auch so zwischen 8 und 9. Ich muss sagen, ich fand... Immer noch sehr gute Ratings, muss man dazu sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, allein das Filmerische und die Erzählweise hat mich einfach abgeholt. Jetzt mal ganz abgesehen vom Cast. Also... Ja, das war krank. Das war halt wirklich... Und Schweighöfer war dabei. Ja. Digga, wie geil, dass ein Deutscher mit in diesem Film spielen durfte. Ich habe auch einen TikTok-Clip von ihm gesehen, wo er erzählt hat, als er den Call von Nolan bekommen hat. Digga. Geisteskrank habe ich mich sehr für ihn gefreut. In irgendeinem Podcast habe ich das, glaube ich, mitbekommen. Und fand es auch geisteskrank, dass er einfach ein deutscher Schauspieler in einem Nolan-Film mitmacht hat. Ah, das fand ich... Richtig krank. Richtig krank. Aber ich glaube, dass... Ich weiß es nicht. Ist es... Ich glaube, Schweighöfer ist so einer der einzigen deutschen Schauspieler, die es in Hollywood wirklich so so... Zu sowas geschafft haben, oder? Ja, ich glaube auch. Also wir würden jetzt auch in der Neuzeit nicht so viele einfallen. Gab es bestimmt früher auch ab und zu mal. Bestimmt, ja. Ne, wie heißt der nochmal der... Ach, der hat in dem James Bond mitgespielt. Walz? Christoph Walz? Ja, genau. Christoph Walz. Christoph Fair? Oder Christoph? Ich weiß es nicht genau. Ja, aber der ist auch immer der superböse Wicht in einem Hollywood-Film. Der hatte auch in einer sehr, sehr coolen Serie auf Prime mitgespielt. Consultant. Ich weiß nicht, hast du hier gesehen? Ne, die kenne ich nicht. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich fand das Ende ein bisschen der Nüchtern. Aber war auch eine sehr, sehr coole Serie, wo er auch wieder der Antagonist war. Und auch super gespielt meiner Meinung nach. Bevor wir kurz noch zu Barbie kommen. Ich habe The Rookie angefangen. Und eventuell habe ich The Rookie auch schon geisteskrank durchgesuchtet. Der Basti hat immer auf dem Discord davon erzählt. Und war dann so, ah, ich gucke wie der Rookie, ich gucke wie der Rookie, ich bin so drinne. Ich dachte mir so, ja, halt die nächste von 278 Polizeiserien. Actually, saugeil. Actually? Actually. Obviously geil. Basically hat mir... Hat mir Mo davon erzählt. Hat mir das auch sehr ans Herz gelegt. Ich habe letztens aber Blacklist durchgeschaut und habe direkt mit dem Rewatchen angefangen. Aufgrund der... Ach, Diga. Ich konnte die nicht mal durchgucken. Ne? Ne, ich fand es irgendwann so, ist er der Vater, ist er nicht der Vater, wir kriegen eh nie eine Antwort. Und dann war es irgendwie immer same, same. Same, same, but slightly different. Es war halt wirklich so, ich habe die irgendwann mal angefangen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und habe dann halt bis zum Punkt geguckt, wo die halt fertig war zu dem Zeitpunkt. Und dann halt immer mal wieder die neue Staffel, aber ohne das Gesamtbild im Hintergrund zu haben. Und ich muss sagen, ich ist schon so mit einer meiner Lieblingsserien. Und habe dann einfach gesagt, okay, ich habe jetzt Bock eigentlich nochmal so mit dem ganzen Hintergrund wissen, was ich habe. Die nochmal von vorne einfach durchlaufen zu lassen. Also ich kann es irgendwo verstehen, ich fand die ersten Staffeln auch wirklich übertrieben nice. Aber es war mir zu viel rumgeplänkelt. Es hat mir einfach irgendwann zu lange gedauert und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Also wirklich, wenn die diesen Plot, ist er der Vater oder ist er nicht der Vater, einfach weiter nach hinten geschoben hätten. Aber das fängt ja schon irgendwie an in Staffel 2. Und wie viele Staffeln gibt es jetzt? Acht? Ja gut, es fängt ja schon in Staffel 1 an. Staffel 1 sogar schon. Und wie viele Staffeln gibt es jetzt? Acht? Ne, elf. Elf? Ja. Ciao, Digger. Ciao. Oh, wirklich, nee. Gar kein Bock. Gar kein Bock. Das, nee, das war nichts für mich. Egal. Das war nichts für mich. Ja. Barbie. 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 Also ich muss sagen, ich bin mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass das ein Film ist, den so ein bisschen wie Spongebob, so vom Schauen her, dass es so Kinder schauen können, einfach Spaß drin haben und Erwachsene das schauen können mit der Hintergrundmessage. Ich muss sagen, ich muss sagen, als Kind wäre ich glaube ich ein bisschen lost da drin gewesen, weil es schon sehr, sehr krass war von den Aussagen, die halt getätigt wurden, wo ich glaube ich als... Digger, 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 die Aussagen, da waren teilweise Jokes dabei, wo ich mir dachte, das kannst du doch nicht Kinder anzeigen, du kannst denen doch nicht diese Gedanken in den Kopf einsetzen. Das war halt so mein Gedanke, wo ich gedacht habe, okay, der ist glaube ich echt nicht für Kinder gemacht, das ist wirklich einfach ein Film, so sozialkritisch umgesetzt für... Absolut. ...in Inhalt einer Kinderhandlung. Also ist halt die Frage, glaubst du, Kinder raffen das so weit, dass sie das überhaupt verstehen? Oder sind die einfach nur so, oh, Barbie hat so ein cooles Haus? Das meine ich ja, ich glaube es war ein bisschen over the top, ja. Ich glaube, wäre es ein bisschen weniger gewesen, hätte es von der sozialkritischen Seite auf jeden Fall gereicht, was die Message für Erwachsene angeht. Und Kinder hätten es noch einfach schauen können. Nur um euch ein Beispiel zu geben, ne. Es gab dieses Beispiel, wo man einen Tisch von den Executives von der Firma, wie hieß nochmal die Firma, die Barbie-Macher ist? Ich weiß es auch nicht mehr. Anyway, die sitzen... Hostess? Nee, Hostess war Twinkies und so, die Mannschafts-Königkeiten. Die sitzen an einem Tisch, das sind nur Männer in der Führungsebene, ne. Und dann sagt irgendeiner, ich bin ein Mann ohne Power, macht mich das zu einer Frau und ich sitze da drinnen und denke mir so, das haben die nicht gesagt. Das haben die nicht gesagt. Digga, da geht irgendeine, geht mit ihrer Tochter da rein, denkt sich, cool, meine Kleine kann jetzt Barbie in Real-Life-Verfilmung sehen. Und dann kommen da so Jokes. Ich so, Junge, der war, der war, der war, der war, das war ein Sacker-Punch, voll in den Magen. Ich muss sagen, ich fand es schon witzig, wie sie es erzählt haben, ich fand es auch cool. Ähm, aber so als ist es der Punkt, wo man so, und dann guckt man zu der Freundin, die Freundin guckt nur böse rüber. Nein, das war gar nicht witzig, das ist super, nein, 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 das geht nicht, nein, das ist ja auch das. Ja, ich meine, es war halt einfach, die sind ja wirklich mit dem Gedanken, also ich würde von mir aus sagen, diesem Gedankentranggang, das einfach so krass zu überziehen, dass wirklich jeder checkt, was diese Aussage ist. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es schwer ist, so eine Welt von Barbie in so eine Message zu verpacken. Safe. Ist schon wirklich eine Aufgabe und ich finde, dafür haben sie es wirklich gut gelöst. Ich fand, manchmal hat es so ein bisschen, der Film so ein bisschen Trash-Charakter gehabt, in meinen Augen. Aber an sich hat er... Also die Szene mit dem Surfen oder so, das war so, bro, really... Ja, genau, genau. Oder auch dieser Kampf da am Ende war schon sehr, sehr hart am Trashigen, fand ich. Ja, stimmt schon. Es hat auch so ein bisschen Sharknado-Vibes teilweise. Ja, genau, genau. Aber am Ende muss ich sagen, ich fand den Film eigentlich echt ganz cool. Ich fand den überraschend gut. Also ich bin wirklich mit der Einstellung reingegangen, ich muss das jetzt abhaken, damit meine Freunde mit mir in Oppenheimer geht. Und im Nachhinein war ich so, popkulturell, glaube ich, ein sehr wichtiger Film. Ja, denke ich auch. Also ich meine, allein, dass wir jetzt auch schon wieder drüber reden, zeigt das ja. Und die Message war auch cool und so überspitzt, verpackt, dass man nicht anders konnte, als danach drüber zu reden. Genau, und ich denke mal, das war auch so dieses Ziel von dem Film. Ich hätte halt gedacht, man zieht es wirklich so ein bisschen eher auf. Kinder können den schauen und Erwachsene können über die Message reden. Aber ich denke mal, da das Thema halt auch wirklich sehr relevant ist und sehr wichtig ist, war es, glaube ich, gar nicht mehr so dumm, das so aufzuziehen, wie sie es aufgezogen haben. Weil nach solchen Aussagen oder nach solchen Handlungen wie im Film musst du einfach drüber reden. Dir bleibt keine andere Wahl. Das Thema kommt sofort auf, bei jedem, der Barbie gesehen hat. Absolut. Und du kommst auch nicht dran vorbei. Nee. Weißt du, wo ich nicht dran vorbeigekommen bin? Super Überleitung, wo bist du nicht dran vorbeigekommen? An meinem Triathlon. Oh ja. Ja, also ich hatte ja, also erstens, ich habe schon ein Video dazu gemacht. Falls ihr die ausführliche Story hören wollt, guckt euch gerne mal das Video bei mir auf youtube.com slash shisha-wg an. Da gibt es meinen Rennbericht, sage ich mal. Und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es gesehen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass du es geschafft hast. Die Bedingungen hätten nicht schlimmer sein können. Also wir hatten 32 Grad und pralle Sonne. Da muss ich auch nochmal kurz was sagen. Ich bin nämlich in der Woche, also in der vorigen Woche, wo du dein Triathlon gelaufen bist, bin ich joggen gegangen. Und das war wirklich so dieser Zeitpunkt, wo ich dachte, bei so einem Wetter Triathlon laufen ist ja der absolute Tod. Weil ich bin so im Schatten gelaufen und dachte so, ja okay, ist eigentlich ganz chillig. Bin mir in die Sonne gekommen und dachte so, alter, ich will unbedingt nach Hause. Ja, also es ging relativ früh los, weil die Anmeldung und das Bike-Abgeben war zwischen sieben und neun und mein Start war eigentlich um elf Uhr fünfzehn. Ich dachte also erst, ich kann relativ angenehm ausschlafen, Frühstück daheim was und fahre dann da rüber. Das ging nicht. Ich musste relativ früh da sein. Dann hatten wir ja noch ein paar Probleme mit meinem Bike, die sich dann zum Glück geklärt haben. Was aber immer noch heißt, wenn ich das nächstes Jahr weitermachen will, brauche ich eigentlich ein neues Fahrrad. Also falls jemand Connections zu Canyon, Rose, Specialized oder sonst einer guten Rennrad-Mark hat, sagt gerne mal Bescheid. Es wäre ein absoluter Raum, einen Radhersteller als Sponsor zu haben, auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich sehr unrealistisch sein wird, aber Rennräder sind fucking teuer. Oh ja. Also wenn ich mir dann was kaufe, müsste es halt was Gescheites sein, dann sind wir mal mindestens so bei drei, eher vier oder fünftausend Euro. Das ist halt, Digga. Das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Ja, Rad abgegeben, dann ging es los. Schwimmen habe ich in der Stunde 15 gemacht. Radfahren habe ich in der Stunde 45 gemacht. Und Laufen haben wir in der Stunde und fünf oder Stunde und sieben. Also meine Insgesamtzeit mit den Transitions war dann bei drei Stunden 15. Aber das ist doch eigentlich sogar voll die solide Zeit, gerade beim Laufen. Ja, absolut. Also beim Laufen war die einzige Zeit, die genau so geworden ist, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe nämlich gedacht, ich laufe mit so einer 6,30er Pace pro Kilometer. Ja. Und das war es dann noch ungefähr. Schwimmen war ich tatsächlich ein bisschen schneller, als ich dachte, obwohl ich nur Brust geschwommen bin. Und Radfahren war deutlich schneller, als ich dachte. Also beim Radfahren habe ich 1,45 bis 2 Stunden geplant. Ja. Und war aber in, ich glaube 1,37 war meine Zeit beim Radeln. Ja, 3 Stunden 15. Ich habe es geschafft. Ich bin durchgekommen. Ich war absolut am Ende. Ich konnte mich zwei Tage nicht bewegen. Aber ich habe es geschafft. Und im Nachhinein, sechs Wochen Zeit hatte ich. Eine war ich noch krank. Das heißt, für fünf Wochen Training, 3 Stunden 15 bei meinem ersten Triathlon, sehr nice. Solide. Also auch nochmal hier, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sehr, sehr krass. Ich kann mich jetzt Triathlet nennen. Ich habe die Story gesehen, da war wirklich so, boah, krass. Sehr, sehr geil. Hab mich echt gefreut. Bei dem Wetter, also beim Laufen war wirklich alles vorbei. Ich hatte auch, auf den letzten paar Metern hatte ich ein bisschen Druck auf der Brust. Da dachte ich so, also entweder fällst du gleich um oder kommst du irgendwie durch. Und hat geklappt. Musstest du dich übergeben? Äh, jein. Also ich habe auf dem Fahrrad versucht, noch möglichst viele Gels und Riegel reinzuballern, damit ich nochmal Power fürs Laufen habe. Und als ich dann losgelaufen bin, war mein Magen so, Bruder, das gefällt uns gar nicht. Und dann ist es mir auch zwei, dreimal hochgekommen. Ich habe aber einfach immer runtergeschluckt, Wasser hinterher gekippt und weiter. Also habe ich mich, ist es mir hochgekommen? Ja. Habe ich mich so richtig übergeben? Nein. Okay. Also es ging. Das habe ich ja eigentlich schon kommen sehen, dass du dann irgendwie beim Laufen kurze Auszeit brauchst. Ja, es ist schon wild, was das mit deinem Körper macht. Also allein, wenn du so viel Sport machst, dass dein Körper einfach sagt, wir kotzen jetzt eine Runde. Ja. Das sagt eigentlich schon mehr als genug. Und das war halt so bei Kilometer eins, zwei und drei. Und dann hat es sich aber irgendwann eingependelt. Und die Hälfte der Strecke war im Wald. Das war immer relativ okay. Und die zweite Hälfte von der Strecke, die war in der Sonne. Und da bin ich immer nahezu gestorben. Ja, das völlig. Also habe ich mir immer von den Wasserstationen Wasser übergekippt, Wasser in mich gekippt. Es gab so Schwämme, die du dir ins Trikot stopfen konntest. Ohne das wäre ich, glaube ich, überhitzt. Ja. Aber ich habe es geschafft. Jetzt steht natürlich erstmal die Wintersaison bevor. Deswegen habe ich mir auch einen Zwift-Trainer geholt. Zwift ist ein Hub, den du für dein Fahrrad kaufen kannst. Dann nimmst du deinen hinteren Reifen raus, spannst das in den Trainer ein. Und dann gibt es die passende App dazu, wo du in der virtuellen Welt Fahrrad fahren kannst. Du kannst da Workouts machen. Du kannst Grouprides machen mit anderen. Das heißt, auch wenn von euch jemand zufällig Zwift hat, sagt mir gerne auf Instagram Bescheid. Können wir zusammen in Zwift rumfahren. Bist du schon mit Flo gefahren? Nee, wir sind mal gleichzeitig gefahren. Aber nee, sonst noch nicht. Genau. Und das heißt, da werde ich jetzt fleißig Fahrrad üben. Da kann ich mein Fahrrad zum Glück auch wunderbar für benutzen. Zum Draußenfahren, wie gesagt, bräuchte ich dann leider Neues. Müssen wir mal gucken, wie sich das lösen lässt. Und das heißt, Fahrradfahren ist auf jeden Fall weiterhin ein großes, großes Thema. Zwift macht geisteskrank Spaß. In deiner Pain Cave. Ja, aber ich habe es jetzt wieder ins Wohnzimmer gestellt. Jetzt habe ich eine letzte Story gesehen. Ja, weil es ist einfach geil, wenn du einen Fernseher dabei hast. Also dann entweder Zwift auf dem iPad laufen lassen und irgendwie Filme, Serien, sonst was dabei gucken. Dann ist das Workout wirklich nur halb so schlimm. Oder wenn du ein richtiges Workout machst, mehr Luft im Wohnzimmer zu haben, als in dem kleinen Zimmer oben, ist auch schon geil. Ja, safe. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Entweder muss ich mir noch irgendwas in die Pain Cave stellen, um da dann besser Filme und Serien bei gucken zu können. Oder, ja, muss ich mir mal überlegen. Und ich habe mir jetzt noch einen Herzfrequenz-Brustgurt gekauft. Ah, okay. Weil ich track ja normal meine Herzfrequenz immer über meine Watch. Ja, aber es ist halt nicht so genau wie über die Brustgurt. Die sind an sich, von dem, was ich im Internet nachgelesen habe, schon relativ genau. Ich weiß aber nicht, ob das bei meiner vier Jahre alten Uhr so der Fall ist. Ah, okay. Und das Ding ist, ich habe sogar beim Laufen nie einen Puls von mehr als 150 oder 160. Und also entweder ist mein Herz einfach sehr langsam. Also wie schnell dein Herz ist, ist sehr genetisch bedingt. Ja. Wie dein Ruhepuls ist, ist nach dem Kindesalter gleichbleibend und kann nur durch Training gelöst werden. Also wenn du dein Herz trainierst durch Cardio, dann wächst dein Herz, wird stärker und größer und kann halt mehr mit weniger Schlägen pumpen. Das heißt, wenn du chillst, sinkt dein Ruhepuls, wenn du gut trainiert bist. Ja. In Cardio. Ähm. Aber irgendwie, also entweder ist meine Apple Watch falsch oder mein Herz ist verdammt langsam. Aber long story short, ich vertraue der Apple Watch nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt noch so einen Brustgurt bestellt. Und da bin ich mal gespannt, was mit dem Brustgurt rauskommt. Kannst du das auch ganz normal mit der Apple Watch dann verbinden? Ähm, mit der Apple Watch weiß ich nicht, aber der ist von Wahoo und kann direkt an den Swift Hub connected werden. Das heißt, ich brauche dann theoretisch nicht mal mehr meine Uhr. Ähm, und wenn ich mir dann irgendwann noch einen Wahoo Bordcomputer hole, dann funktioniert das auch. Und mit Strava kannst du den auch verbinden. Also alles Wichtige hat er, wie das mit Apple Health dann funktioniert, weiß ich nicht. Aber muss ich mal gucken. Ja. Aber Strava trackt ja eh alles. Ja. Und Schwimmen ist auch wunderbar. Da hatte ich letztens mal eine Kraulstunde mit dem Simon aus der Community. Die hat sich gemeldet. Der war jahrelang im Schwimmverein und hat gesagt, ich kann doch gerne mal drüber gucken, wenn du magst. Und dann waren Carsten, Simon und ich eine Runde schwimmen. Carsten hat zum ersten Mal Kraulen geübt. Ich habe die Kraul-Technik-Stunde bekommen. Ja. Aber ich bin eigentlich mittlerweile ganz happy. Also ich war vorgestern oder vorvorgestern im Schwimmbad, bin eine Stunde geschwommen und bin zwei Stunden, äh, nicht zwei Stunden, zwei Kilometer durchgekrault. Ich muss ehrlich sagen, ich war ja auch mittlerweile mal schwimmen gewesen. Ja. Gehst du heute noch mit schwimmen? Ne, ich gehe dann ins Schwimmen. Ach. Ich muss sagen, ich dachte irgendwie, das ist eher wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Äh, man verlernt es doch. Du musst halt, weißt du, was glaube ich der Fehler ist? Wenn man sagt schwimmen, denken manche Leute an dieses, ich versuche nicht unterzugehen und zu dem nächsten Punkt zu kommen, wo ich hin will. Aber Sportschwimmen ist halt nochmal eine ganz andere Kategorie. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, Kraulen sah bei mir aus, glaube ich, von außen wie so ein untergehender Hund, der einfach versucht, nicht unterzuhören. Also das, das war richtig schlimm. Oh Gott, hätte ich da gerne ein Video zu. Und dann, äh, bin ich Brust geschwommen. Das hat, äh, echt top funktioniert, muss ich sagen. Das war auch von, von der Ausdauern zu war alles top. Aber Kraulen war... Brust mit Kopf unter Wasser. Ja. Also richtige Brustschwimm-Technik oder diese... Ich schwimme von A nach B. Mit Kopf unter Wasser. Also schon richtig Brustschwimmen. Ja. Aber Kraulen war grausam. Also das war wirklich ganz, ganz andere Welt, wo ich gesagt habe, okay, Kraulen weg, ich schwimme Brust. Also solange ich meinen Poolboy benutze, das ist so ein, so ein, so ein Silikonschaumstoff-Ding, was du dir zwischen die Beine packst und dann einklemmst. Das sorgt für ein bisschen Auftrieb. Wenn ich den benutze, kann ich wirklich nonstop durchkraulen mittlerweile. Ohne den bin ich immer noch ein bisschen schneller platt. Ja. Aber gut, dafür gehe ich ja trainieren. Und bis zu den nächsten Triathlon-Events habe ich ja jetzt zum Glück auch ein bisschen Zeit, weil die nächsten Events, die sind erst dann nächstes Jahr wieder. Also es gibt noch den einen oder anderen, aber nichts, was bei uns in der Nähe ist und was von der Distanz her in Frage kommt. Aber nächstes Jahr bin ich ja dann auch dabei. Ja, dann musst du mal ein bisschen trainieren. Ja, hab ja noch Zeit. Das denkst du jetzt. Das denkst du jetzt. Mo muss auch trainieren? Ja. Hast du ja auch, oder? Hast du ja auch. Hast du ja auch. Ja. Hast du ja immer noch am Fahrrad dran, schwimmen, ist er sehr fleißig. Das stimmt, ja. Das sehe ich auch in den Stories. Ja, jetzt hat er ja gerade eine kleine Krankheitspause. Ja. Ja, Donnerstag, Freitag sind wir dann erstmal auf der Intertabak. Du bist Freitag und Samstag da, aber Intertabak kommen wir ja gleich nochmal dazu. Was steht denn als nächstes auf unserer schlauen Liste? Ah, das Butterfest vom Wakeboarden gestern wollte ich noch erzählen. Ah ja. Die Wakeboard-Saison neigt sich ja langsam leider dem Ende zu. Also nicht unbedingt die Wakeboard-Saison, aber vor allem die Bootssaison. Also im September kann es noch ein paar schöne Tage geben. Was der Wetterbericht jetzt hier in der Frankfurt-Area so anzeigt, ist erstmal sehr ernüchternd. Es sind immer so zwischen 20 und 22 Grad. Das sind jetzt nicht die schönsten Tage auf dem Boot. Vielleicht kann man trotzdem nochmal ein bisschen Wakeboard fahren gehen, aber wir haben das genutzt und waren jetzt am Wochenende. Also heute ist Dienstag für uns und wir waren Sonntag und Montag jeweils nochmal Boot fahren. Und gestern waren die perfekten Bedingungen. Butterfest sagt man beim Wakeboarden, wenn das Wasser spiegelglatt ist. Ah, okay. Weil es fühlt sich wirklich an, wenn du mit deinem Wakeboard dieses Wasser zerschneidest, als ob du mit einem heißen Messer durch die Butter schneidest. Es ist wirklich ein wundervolles Zerschneiden, weil sobald ein paar Boote da sind oder sobald ein bisschen Wind da ist, wird das Wasser halt kabbelig. Also hast du viele kleine Wellen. Das ist an sich nichts Schlimmes. Du kannst natürlich trotzdem wunderbar fahren. Aber wenn das Wasser so spiegelglatt ist, es fühlt sich so geil an. Ich glaube, man muss Wakeboard gefahren sein, um das nachvollziehen zu können. Lasst euch einfach gesagt sein, es ist einer der besten Gefühle, die es gibt für einen Wakeboarder und das hatten wir gestern. Und selbst wenn es der Saisonabschluss fürs Boot gewesen sein sollte, falls es Wetter nicht nochmal ein paar schöne Tage gibt, war es einen überrascht. Es war gestern sogar die schönste Wakeboard-Session, die ich hatte. Nicht die beste von meiner Performance her, aber es war die schönste. Weil du hängst hinter dem Wakeboard, die Sonne scheint dir ins Gesicht, der Wind pfeift dir durch die Ohren. Du spürst, wie dein Brett ist perfekt. Klare und auch spiegelglatte Wasser zerschneidet. Und es ist atemberaubend. Einfach perfekt. Bilderbuch-Session beim Wakeboarden. Heute geht noch was ab. Wie gesagt, wir haben heute Dienstag, den 12. Und heute ist die Apple Keynote. Und wir haben vorhin auch schon ein kleines bisschen drüber geredet. Ich glaube, ich werde dieses Jahr tatsächlich mal iPhone skippen. Also wenn die mich nicht vom Hocker reißen. Ja, same. Also ich muss auch sagen, ich bin noch sehr, sehr happy mit meinem iPhone von letztem Jahr. Und sehe, stand jetzt noch kein Grund zu switchen, außer es ist halt wirklich geistkranzed Update, was ich aber eher nicht glaube. Weißt du, womit mich Apple sofort kriegen würde? Mit was? Mit einem Foldable iPhone. Würdest du dir holen? Ja. Okay, krass. Also man müsste natürlich gucken, wo das preislich bei Apple ist, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sie dann sagen, es kostet 2500 Euro. Und dann bleibt meine Devise, ich spare lieber auf dem Fahrrad. Ja. Aber so ein Foldable iPhone würde ich sehr fühlen. Ich glaube aber nicht, dass es dieses Jahr kommt. Mich haben diese Foldable Phones irgendwie nie so richtig abgeholt, muss ich sagen. Ey, imagine, du hast so ein normales Handy, klappst es auf und du hast fast ein Tablet vor dir. Ja, aber... Bildbearbeitung, Videoschnitt und, und, und. Das wäre so geil. Verstehe, also ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, aber irgendwie trotzdem, mich hat das irgendwie nie so... Ich finde es so geil. Ich finde es so geil. Aber ich glaube, bis Apple sowas macht, muss die Technik bei Foldables noch sehr stark vorwärts gehen. Also ich meine, die Samsung Foldables sehen mittlerweile echt ganz nice aus. Und auch von anderen Herstellern gibt es schon echt coole Foldables. Aber ich will eigentlich nicht weg vom Apple-Ökosystem, von iOS und so weiter. Deswegen kommt für mich nur ein Foldable iPhone in Frage und ja, weiß ich nicht, ob das überhaupt kommt. Und wenn ja, wann das kommt. Ist das eigentlich... Muss jetzt Apple eigentlich USB-C dieses Jahr machen oder... Weiß ich noch gar nicht, wie da das so aussieht. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe auch relativ wenig von den ganzen Vorberichten und Rumors und Leaks und sowas mitbekommen dieses Jahr. Ja, ich habe nur das mit dem USB-C-Anschluss mitbekommen, aber da bin ich halt zu wenig oder habe mich zu wenig informiert, wie es da aussieht oder ob das jetzt wirklich umgestellt werden muss. Das habe ich nur mitbekommen, dass es irgendwie umgestellt werden muss. Ja, also es gibt halt irgendwie so einen EU-Beschluss, dass einfach alles USB-C sein soll. Was ich auch... Ich kann es verstehen, aber es ist halt auch nicht so... Weißt du, Leute sagen immer, USB-C ist USB-C, aber das könnte halt nicht weiter von der Wahrheit weg sein. Weil, ob du über USB-C Strom oder Daten verschicken kannst und wie viele Daten... Also ein USB-C-Kabel ist nicht gleich ein USB-C-Kabel. Und dann gibt es ja nicht ein USB-C, sondern im Apple-Kosmos gibt es dann auch noch direkt Thunderbolt. Zum Beispiel, wenn du dein iPad als Bildschirm benutzen willst, musst du ein ganz anderes USB-C-Kabel benutzen. Oder Beispiel bei mir zu Hause, mein Monitor für den PC, der hat USB-C. Und so ein USB-C-Kabel kostet dann schnell 30, 40, 50 Euro auf Amazon. Das von Apple kostet irgendwie 90 Euro, damit es das kann. Und jetzt könntest du ja denken, ja, dann kaufe ich doch so ein 3-Euro-2-Meter-USB-C-Kabel. Aber das funktioniert nicht. Und deshalb ist es fast noch verwirrender, weil der Anschluss zwar derselbe ist, aber was das Kabel kann, ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Deswegen, USB-C auf jeden Fall besser als Lightning. Da sind wir uns, glaube ich, mittlerweile alle einig. Als Lightning damals kam, war ich ein Riesenfan. Du kannst ihn in beide Seiten reinstecken. Und was ich auch immer noch geiler finde bei Lightning, dass der Stecker der Mail-Part ist. Also der Stecker ist das, was reingeht. Bei anderen Steckern zwar auch so, die haben aber immer noch mal innen einen Mail-Part, den sie aufnehmen. Und das kann halt mal abknicken oder abbrechen. Und da finde ich Lightning immer noch geiler. Aber Lightning von der Art her auf einer offenen Basis und mit den Fähigkeiten von USB-C, das wäre killer. Ja. Egal. Also wir wissen nicht so richtig, was heute abgeht. Wir sind aber beide eher auf dem Trip, dass wir, du hast auch das 14 Pro Max, ne? Genau, ich habe auch das 14 Pro Max. So, und ich hatte ja das 12, das 13 und sogar das 14er. Und hatte eigentlich auch den Plan, immer das alte verkaufen und das neue wieder kaufen. Das ist ja Geschäftsausgabe für uns. Deshalb macht das sowieso mehr Sinn. Also privat braucht man das natürlich auf gar keinen Fall. Aber da will viel Social Media machen, viele Storys machen, die Kamera oft benutzen und so weiter. Macht das schon Sinn, da immer die bestmögliche Kamera dabei zu haben. Aber, also wenn die mich dieses Jahr nicht vom Hocker reißen, dann werde ich mir ja Skippen und für Fahrrad sparen. Es wird ja zu 100 Prozent irgendwas für die Kamera kommen. Ist halt die Frage, ob das dann wirklich so innovativ ist, dass man sagt, man braucht jetzt ein neues iPhone. Weil ich sehe es eigentlich nicht kommen, dass ich jetzt sage, boah, das Kamera-Upgrade ist so krass. Da lohnt es sich wirklich, so viel Geld wieder auf den Tisch zu hauen. Weil am Ende würde ich mir wieder ein Pro Max holen. Weil ich muss sagen, Pro ist ja eigentlich klar für uns. Und Max mittlerweile, da hast du mich angesteckt, weil ich am Anfang gesagt habe, ist mir viel zu groß, brauche ich gar nicht. Mittlerweile, wenn ich so das Handy von meiner Freundin in die Hand nehme, ich würde nicht mehr zurückgehen wollen. Das ist wirklich krass. Also ich glaube, das erste große iPhone, was ich hatte, war das 12er. Und seitdem habe ich auch nie wieder ein kleines genommen. Also es macht für mich auch wirklich absolut keinen Sinn. Ich fühle mich total gehandicapt, wenn ich so ein Mini-iPhone in der Hand habe. Man muss auch mal dazu sagen noch, falls das jetzt irgendjemand guckt, ob männlich-weiblich, wenn man eher so 1,70 groß ist oder so und halt dementsprechend große Hände hat, ist das nochmal was anderes. Aber zum Beispiel, wenn ich das normale iPhone in der Hand von meiner Freundin sehe und das Max in meiner Hand sehe, dann ist das ungefähr dasselbe. Also ich muss sagen, von der Haptik her, zum Beispiel oben das Kontrollzentrum in einer Hand runterziehen, ist schon schwierig bei mir. Aber trotzdem allein für Storys und Reels bearbeiten und sonstiges, ist ein Max einfach Killer. Und da würde ich einfach nicht mehr dazurgehen wollen, muss ich ehrlich sagen. Und genau aus dem Punkt würde ich mir auch ein Foldable holen. Würde Apple nicht machen, aber sagen wir mal, die bringen jetzt das iPhone 15 Pro Super Max raus, was nochmal ein oder zwei Zoll größer ist. Ich würde es kaufen. Ja. Ich würde es kaufen. Also wenn die noch ein größeres machen würden, ich würde es sofort nehmen. Also das Ding ist, jetzt würde ich sagen, ich würde es mir nicht holen, weil das gerade so noch passt bei mir. Aber genau das gleiche habe ich ja beim normalen iPhone auch gesagt. Ich glaube, sobald du dich einen Monat an die Größe gewöhnt hast, ist es egal. Und Männertaschen, Männerhosentaschen sind ja zum Glück meistens groß genug. Also ich würde es sofort machen. Gut. Haben wir noch einen nicht? Ne, Oppenheimer Barbie haben wir alles. Gut. Shisha-Time. Shisha-Time. Ja. Fangen wir doch direkt an. Inter-Tabak. Inter-Tabak. Wir haben es schon ein paar Mal angeteasert. Am Wochenende ist wieder Shisha-Messe. Direkt vorneweg. Das ist eine B2B, Business-to-Business-Messe. Wenn man kein Gewerbe im Tabakbereich hat, also das hilft auch nicht, wenn der Bruder eine Autowäscherei hat oder sowas, eine Autoaufbearbeitung oder sowas, das hilft alles nicht. Wenn du kein Geschäft, keine Firma, kein Gewerbe, das ist der richtige Ausdruck, wenn du kein Gewerbe im Shisha-Bereich hast, kommst du nicht auf die Inter-Tabak. Das ist wirklich nur Business-to-Business. Das ist auch für Endkonsumenten relativ langweilig auf der Inter-Tabak. Das ist jetzt nicht wie in Frankfurt, dass da viele Tasting-Areas sind und man kann sich da überall durchprobieren. Ein paar haben das zwar, aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich einfach um Connections. Du gehst da hin, du redest mit den Leuten. Das ist für uns immer eine Möglichkeit, persönlich, Gesicht zu Gesicht, mit den Leuten zu reden, weil halt super viele Leute da sind. Und vor allem auch mal ein bisschen mit ein bisschen mehr Ruhe, weil das ja wirklich nur Business-Leute sind. Viele laufen da rum, wollen einfach nur Geschäft machen. Für uns ist einfach die Möglichkeit, zu Leuten zu gehen, die man nicht so oft sieht und einfach mal wirklich ein paar Gespräche zu führen. Genau, was halt auf der Frankfurter Messe einfach nicht drin ist durch Zeit. Bei mir dieses Jahr noch mal krasser wegen dem eigenen Stand auf der Messe. Da war sowieso keine Zeit, aber selbst wenn du Zeit hättest, mit den Leuten zu reden, dann reicht das meistens nur, hi, wie geht's, was habt ihr Neues, okay, cool, tschüss, viel Erfolg. Die haben jeder auf der Shisha-Messe Frankfurt einfach 150 Prozent zu tun. Und deshalb kannst du dich nicht mal entspannt hinsetzen, holst einen Kaffee, setzt dich hin, quatschst mit den Leuten, was gibt's Neues, was plant ihr für die Zukunft und so weiter. Ja, genau. Das geht halt auf der Inter-Tabak. Und deshalb finde ich die Inter-Tabak sogar fast cooler als die Frankfurter Messe. Die Frankfurter Messe ist mehr so ein Community-Treffen und die Messe in Dortmund, die Inter-Tabak, ist wirklich so ein, das ist wirklich eine Shisha-Messe für mich. Ja, also ich muss sagen, für mich ist das so, beide haben ihre Pros und Kontras auf jeden Fall. So, ich muss sagen, so der Hype für mich ist auch größer bei Frankfurt. Aber Dortmund ist einfach so, ich kann ganz entspannt rumlaufen, es ist nicht so viel los, ich kann zu jedem hingehen, wo ich möchte, kann mit denen quatschen, kann man vielleicht eine Pfeife rauchen. Und das ist einfach so ein uniker Punkt, wo ich sage, okay, das habe ich in Frankfurt einfach nicht. Und das macht einfach Spaß. Ja, sehe ich ganz genauso. Also, auch wenn beides an sich einfach nur eine Shisha-Messe ist, könnten die vor allem aus unserer Perspektive nicht unterschiedlicher sein. Frankfurt ist ein riesiges Community-Treffen, das ist mehr ein Shisha-Festival über drei Tage. Und Dortmund ist halt wirklich eine Messe. Also Business to Business, du redest miteinander, du erfährst was über die Marke, über die Produkte, über die Vorhaben und so weiter. Und deshalb finde ich von einem Messestandpunkt die Inter-Tabak fast cooler. Der Hype ist bei Frankfurt natürlich eine Million Mal größer. Mit allen Leuten aus der Shisha-Szene da drei Tage rumhängen und Pfeife rauchen, ist unschlagbar. Genau, die ist in Dortmund. Ich weiß nicht, wie dein Plan ist. Mein Plan ist, Donnerstag früh losfahren, Donnerstag auf die Inter-Tabak gehen, abends zum Marc fahren, der wohnt eine Stunde von der Inter-Tabak weg. Dann pennen wir bei Marc, also ich fahre mit dem Hasti. Ja, oder dann pennen wir bei Marc, bisschen da zocken, vielleicht ein Bierchen trinken, natürlich eine Pfeife rauchen. Dann pennen wir bei Marc. Am nächsten Tag fahren wir nochmal auf die Inter-Tabak und abends fahren wir wieder heim, Freitagabend. Das heißt, ich bin Donnerstag und Freitag da. Genau, ich fahre Freitag morgens los. Auch so morgens, dass ich da zum Messestart in Dortmund schon bin. Wird dann da ein bisschen rumlaufen, werde wahrscheinlich so einen kleinen TikTok-Vlog drehen. Also so auf eins bis fünf Minuten. Einfach ein bisschen Voice-Over vielleicht. So einfach mal, was es alles gibt. Gibt es was Neues, gibt es vielleicht nicht Neues. Was hat mich begeistert. Und am Abend habe ich mich so ein bisschen an die Ian-Jungs drangehängt. Werde mit denen was essen gehen. Wahrscheinlich auch noch irgendwo eine Pfeife rauchen. Ach, schade, dann bist du schon verplant, weil ich wollte dir noch vorschlagen, ich werde auf jeden Fall wieder zu Big Boos Burger gehen. Die Burgerkette von JP Performance. Da werde ich Freitagabend wahrscheinlich hingehen. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon irgendwas reserviert habt. Ich habe nur Mo gefragt, so hier, wie sieht es aus? Habt ihr irgendwas für Freitag geplant? Da habe ich mich einfach drangehängt, weil, ja, genau. Und sonst, Samstag wäre dann wahrscheinlich... Ist Aeon Privat da? Also gehen die nur über die Messe oder haben die einen Stand? Die haben einen Stand. Ah, ja, Wild. Okay, dann sehe ich die auch auf jeden Fall. Ian, Vibro und ich gehe mal stark davon aus, dass Novitec auch mit am Start sein wird. Und Nevo? Novitec, Nevo natürlich. Okay, meintest du. Heute habe ich es mit Namen auf jeden Fall. Die Alpha Mars, man kennt sie. Ja, und Samstag ist für mich, glaube ich, eher so... Also, ich wollte auf jeden Fall eine Nacht dort pennen, weil ich glaube, hin und zurück am Donnerstag wäre einfach too much. Habe ich gesagt, wenn ich dann schon übernachte, dann mache ich... Vor allem, wenn du abends noch essen und Pfeife... Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe eine Nacht da und dann nehme ich am Samstag auf jeden Fall noch einen halben Tag mit. Werd da wahrscheinlich einfach noch irgendwo eine Pfeife rauchen gehen, um dann gestärkt nach Hause zu fahren. Ja. Das ist so ein bisschen der Plan. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Ja, safe. Ja, also in der Tabak freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Was steht als nächstes auf unserer Liste? Tengius. Tengius. Seit Februar endlich auf dem deutschen Markt. Ich wusste nicht, ob du das sagen willst, aber ja. Nee, ich kann da sogar noch eine andere Geschichte zu erzählen. Ich hatte am Donnerstag oder Freitag... Donnerstag. Donnerstag habe ich mit Hukain telefoniert und unter anderem haben wir über Tengius geredet und da haben die mir erzählt, dass der im Lager ist. Endlich. Und dann haben sie noch gefragt, also Johannes hat gefragt, kann ich da jetzt eine Story zu machen? Und ich habe gesagt, Johannes, wenn der jetzt wirklich bei euch im Lager ist und du dir zu 100% sicher bist, dass der kommt, dann kannst du das meiner Meinung nach natürlich ankündigen. Das Einzige, was niemand will und die Frage von Johannes zeigt ja, dass er da mittlerweile mehr drüber nachdenkt, zeigt ja, dass er da schon Sorge hatte. Aber ich habe gesagt, wenn der da ist, kannst du es natürlich ankündigen. Und endlich ist es soweit, Freunde. 5,90 Euro, natürlich nur 25-Gramm-Päckchen. Und er ist da? Er ist endlich da, ja. Ich muss auch noch kurz dazu sagen, ich will auch gar nicht wissen, wie das Postfach von Februar bis jetzt bei Hukain ausgesehen hat, nachdem Tengis angekündigt wurde. Aber ja, endlich ist er da. Natürlich relativ teuer, müssen wir nicht drüber reden. 5,90 Euro ist schon viel Geld für ein bisschen Tabak. Aber am Ende, Tengis in Deutschland gab es davor noch nicht. Und ich freue mich, dass es das überhaupt gibt. Weil ich habe lange Zeit gedacht, das wird niemals zustande kommen. Und ich würde sagen, so auch sehr, sehr viele wichtige und relevanten Sorten sind einfach auch am Start. Also angefangen bei Cane Mint. Ich glaube, so mit der Bestseller von Tengis. Ich würde sogar sagen, einer der legendärsten Shisha-Tabaksorten, die es jemals gab. Genau. Hast du den Cane Mint in 25 Gramm schon gesehen? Nee, noch nicht. Der war bei meiner ersten Bestellung jetzt auch nicht dabei. Die wurde zweigeteilt. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie der ist. Weil die Sorge ist ja noch, wie ist der mit TPD? Genau. Vielleicht kommt man da irgendwie drum rum. Ich wollte dir eigentlich auch irgendeinen Mix bauen, wo du eine Sorte drin hast, die du schon gut kennst, um da vielleicht Feedback geben zu können. Aber ich habe weder Maras Kino Cherry noch Cane Mint. Ein paar Sorten konnte ich vorab bestellen. Das waren die, die schon ausgepackt waren. Aber das waren noch nicht alle. Ich habe aber jetzt nochmal bestellt. Von jeder Sorte eine. 15 Sorten sind auf dem Markt. 5,90 Euro für 25 Gramm ist auf jeden Fall hart. Ich sage mal, für die meisten Leute wird Tangiers eher was sein zum reinmischen. Also auch für mich ist Tangiers auch keine Sorte, die ich nicht mische. Der ist eigentlich immer eine Mix. Ja, bei mir auch. Vor allem Tangiers ist halt wirklich so sehr prägnant, was den Grundtabak angeht. Das ist einfach so diese typische Tangiers-Nurve, die du mit drin hast. Und da musst du, wenn du es pur rauchst, wirklich Bock drauf haben. Und ansonsten, ich denke mal, bei uns gibt es auch Phasen, wo man mal gerne ein pures Köpfchen Tangiers raucht. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich so in den Mix rein. Vielleicht ein bisschen Cane Mint. Bei uns ist es auch jeweils reingemischt von zu einem Drittel ungefähr. Genau, der Cane Mint ist aus der großen Packung gewesen und der Vorplay on the Peach war die 25 Gramm Packung. Ja, Cane Mint hatte ich noch eine normale 250 Gramm Tangiers-Packung. Ja. Ey, es hat zwar sehr lange gedauert, es war ein wilder Ritt. Also immer wieder dieses Ankündigen, ja, der ist jetzt beim Zoll, der kommt gleich und so. Ich hoffe wirklich, dass ich das Sukain zu Herzen nehme für die kommenden Produkte. Aber ich denke schon. Ich bin da auch relativ zuversichtlich. Ja, aber er ist endlich da. Zum Glück haben wir endlich Tangiers. Und das war nicht das einzige Produkt aus dem Hause Sukain. Also Sukain ist jetzt der neue Generalimporteur für Tangiers. Dann haken wir jetzt noch das letzte Sukain-Produkt ab, was wir noch da haben. Das ist der Shroom. Genau. Ein neuer Stoneware-Clay-Kopf von Sukain. Auch da gibt es schon ein ausführliches Video, falls ihr mehr darüber erfahren wollt. Aber jetzt erstmal sehr cool. Der Alex hat den noch gar nicht geraucht. Beziehungsweise jetzt gerade zum ersten Mal im Cast. Was sind denn deine ersten Eindrücke? Ich muss sagen, der läuft sehr, sehr gut für einen Funnel. Also ich muss sagen, ich rauche mittlerweile fast zu 70, 80 Prozent mehr noch Köpfe. Für einen Funnel, finde ich, läuft der sehr, sehr gut. Was mich allerdings ein bisschen erschreckt hat, ist halt so die Depotform, weil das so ein bisschen die Depotform ist, die ich weniger bevorzuge. Und zwar habt ihr ein relativ schmales, aber tiefes Depot. Ich persönlich bin eher der Fan von einem flachen Depot, dafür ein bisschen breiter. Ist für viele vielleicht auch Geschmackssache. Ich sehe da keinen Vorteil drin, weil ihr einfach bei einem flachen Depot eher die Möglichkeit habt, den Tabak komplett durchzurauchen. Gerade jetzt so ein Satz von drei Kohlen gehe ich sehr stark davon aus, dass gerade im unteren Drittel noch sehr viel Tabak sein wird, der frisch ist, den man jetzt gar nicht hätte verbrauchen müssen. Ja, das sind auch genau meine Erfahrungen mit dem Kopf gewesen. Hukain hat den angekündigt als Low Capacity. Und das ist er nicht. Nee, das ist er auch nicht. Das ist er einfach nicht. Also da gehen gut und gerne 20, 22 Gramm rein. Und wenn ich jetzt die Wahl von der Performance und vom Depot hätte zwischen dem Shroom und dem Wandenberg, den ich zufälligerweise jetzt gerade anhabe, dann wäre das zu 100 Prozent der Wandenberg. Die Performance ist sauber. Du kannst den wunderbar rauchen, er lässt sich schön bauen, das passt alles. Allerdings fand ich halt die Entwicklung von Hukain zu sagen, wir machen die Low Capacity Bowls, die du mit, wenn du jetzt nach Hukain gehst, mit Abstand und Nature Base, sagen wir mal, 6 Gramm auf Abstand bauen kannst. Bei uns realistischerweise irgendwas zwischen 12 und 15 Gramm. Alex hat es letztens auch geschafft, einen Lowdown mit 17 Gramm zu bauen, aber nur Gott weiß wie. Hukain hat gesagt, das soll eine Low Capacity Bowl sein. Dann habe ich den bekommen und dachte mir so, wo Low Capacity? Also mein erster Eindruck war tatsächlich der, holy fuck ist der schön. Das stimmt, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Kopf. Also vom Design her finde ich, ist das ein Nonplusultra-Kopf für mich. Der, aber zu Hause habe ich auch noch den Black and White Clay, der ist so wellenmäßig vermischt und ich habe noch eine Tasse dazu bekommen im selben Design. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Frühstücksköpfchen rauche, nehme ich den tatsächlich sehr gerne, damit ich mir in der gleichen Tasse oder in der gleichen Farbe an Tasse noch einen Kaffee ziehen kann. Und das ist schon sehr geil. Also optisch finde ich den eine 10 von 10. Rauchverhalten ist für mich auch perfekt. Vermisse ich nichts. Was die Effizienz angeht und was das Marketing dahinter angeht, ist es meiner Meinung nach aber ein bisschen schief gelaufen. Weil da könnten wirklich einige Millimeter an Depot gespart werden. Dann wäre das Low Capacity, dann würde er mit Sicherheit auch immer noch sehr gut laufen. Und das ist auch, was Hooker Ihnen gesagt hat, was sie jetzt für einen zweiten Batch machen wollen. Ja, bin ich sehr gespannt, weil gerade Hooker Ihnen in ihrem Kosmos haben einfach Produkte, die sich da gegenseitig auffressen, weil ich sehe für eine Low Capacity kein Funnel, keinen Grund darin, mir einen Schum zu holen, wenn ich mir einen Low Load oder vielleicht... Vor allem, wenn der Schum halt nicht Low Capacity ist. Ja, genau. Aber dann kann ich auch einen Schum nehmen, kann ich auch einen Popo nehmen. Ja, das stimmt. Aber ich finde den Schum schöner. Schum ist schöner, Popo finde ich das Depot aber besser. Ja, finde ich auch, weil es ein Ticken breit... Also die Breite-zu-Höhe-Verhältnis vom Depot finde ich auch beim Popo angenehmer als beim Schum. Beim Schum, wie gesagt, da geht es mir ganz genauso wie dir. Ich finde das zu tief für die Breite. Ja. Und dann verschwendest du leider unten ein bisschen Tabak. Jetzt haben auch schon Leute gefragt, könnte man da nicht eine Einlegescheibe oder sowas für machen? Könnte man bestimmt, aber das soll ja nicht Sinn der Sache sein. Ja, genau. Wenn du so rumspielen willst, dann hol dir einfach einen Low Load. Ja. So, und dann hat sich die Geschichte auch schon wieder erledigt, weißt du? Ja. Denke ich auch. Aber schöner Kopf. Ich hoffe, der zweite Batch wird deutlich flacher. Ja. Und dann ist das wunderbar. Dann bleibt halt immer noch das Problem, ob du einen Low Load, einen Low Lip oder einen Low Shroom holst. Ja. Dann nimm mal einfach den, den du am schönsten findest und dann hat sich die Geschichte. Also du brauchst auf jeden Fall nicht alle drei davon. Aber drei verschiedene Optiken für einen Low Capacity Kopf anzubieten, ist doch schön. Ansonsten rennt irgendwann jeder nur noch mit dem Low Load rum und man hat gar keine Abwechslung mehr. So, wenn ich überlege, wie viele verschiedene Köpfe wir früher immer benutzt haben. Heutzutage habe ich das Gefühl, ich rotiere immer dieselben drei, vier, fünf Köpfe. Das stimmt. Und vor allem, was Funnel angeht. Also Funnel ist bei mir Wandenberg, Low Load, Popo. Ja, Epo ist bei mir noch relativ viel, muss ich sagen. Da geht mir viel zu viel Tabak rein. An sich finde ich den auch cool und schön und passt super gut zum Mosepfeifen. Aber mir ist der Tabakverbrauch einfach zu hoch. Sehe ich. Ja, weil wenn du den auf Kontakt rauchen willst, gehen da auch gute 23, 24, 25 Gramm rein. Und das will ich einfach nicht mehr reinpacken. Dafür ist mein Tabak zu schade. Vor allem, wenn ich für eine kleine Dose Dark Blend 5 Euro bezahle. Dann rauche ich den lieber mit 14 Gramm im Low Load als mit 24 Gramm im E-Post. Das stimmt. Muss ich fairerweise sagen. Ja, also ein bisschen Abwechslung wäre da auf jeden Fall schön. Und ich würde mir auch wünschen, dass mal noch mehr Hersteller auf diese Low Capacity-Dinger gehen. Also ich verstehe jetzt, dass Oblaco vielleicht kein Feingefühl für den deutschen Markt hat. Warum lasst du denn? Ja, nee, hast ja recht. Die Russen wissen ja nicht eins zu eins, was hier bei uns in Deutschland abgeht. Und die werden wahrscheinlich auch niemals verstehen, dass wir beide dann darüber reden und so weiter. Das soll gar nicht negativ sein. Aber wo ist Low Capacity von KS, von Sapphire und von so vielen anderen Kopfmarken, die früher so krass im Gespräch waren, die mittlerweile komplett hinten vom Laster runtergefallen sind? Ja, ich würde mir ja wirklich, das ist vielleicht auch ein ganz guter Überschwung zum nächsten Thema, ich würde mir ja von Wandenberg wirklich sehr, sehr gerne eine Low Capacity-Version wünschen. Wandenberg V3 mit einem noch flacheren Depot. Das wäre richtig geil. Das würde mich richtig freuen. Was waren denn sonst so die letzten Köpfe, die rauskamen? Wir hatten den Emotion Dot. Da geht aber auch 30 Prozent mehr rein als in Low Low. Wir hatten den Onmo Primus von mir aus noch. Den Onmo Primus. Da waren zum Beispiel die Prototypen extrem geil. Dann habe ich die finale Variante bekommen. Und da ging auch schon wieder 20 Gramm mehr Tabak rein. Also sowohl der Onmo als auch der Primus, das sind vom Ton her, die sind by the way sogar auch gefertigt von Hukain. Das sind Kooperationen von diesen Marken mit Hukain. Also vom Ton und von der Performance sind die auch geil. Aber die beiden Köpfe kommen für mich nicht an die Effizienz von einem Low Load oder Low Lip ran. Und dann können noch so viele Leute, die mittlerweile was gegen Hukain sagen, du machst ja nur Hukain-Content. Bro, Low Load ist einfach, was die Effizienz gepaart mit Leichtigkeit beim Kopfbau und der Performance beim Rauchen angeht, sind die meiner Meinung nach aktuell unschlagbar. Und ob du das hören willst oder nicht, meine möglichst objektive Meinung zu dem Kopf ist, das ist in den 25 Gramm Zeiten der beste Kopf, den es gibt. Ob jemand die Marke mag oder nicht, komplett irrelevant an der Stelle. Ja, und das ist glaube ich auch so das, was die Leute teilweise hören wollen. Wie kann ich das beste Raucherlebnis haben mit möglichst wenig Verbrauch? Und da müssen wir halt einfach beim Low Load reden. Wie gesagt, wir können auch einfach darüber reden, dass ich viel Cosmoball momentan rauche und das dann mit Dark Blend Mixes ist halt nur die Frage, wie viele das wirklich für relevant halten. Nein, aber das ist ja auch vollkommen okay, über die Cosmo zu reden. Ja, klar. Aber das ist ja eine komplett andere Kategorie. Ja, genau, das meine ich. Aber das ist ja... Da sind wir ja dann direkt beim Meerloch. Ja, genau, aber das ist ja genau der Punkt, wo ich hin will, dass die Relevanz für einen Low Load einfach so riesig ist, dass es so eine breite Masse anspricht, weil ja die Leute wirklich sagen, okay, wenn ich mir jetzt Tabak kaufe, will ich den möglichst effizient verbrauchen. Der Kopf soll vielleicht noch cool aussehen. Dann kommt man einfach um den Low Load oder um die Köpfe von Hokkaiden allgemein, Low Lip von mir aus auch, nicht drumherum. Und das ist einfach so dieses Thema. Deswegen auch nicht diese Negativität dabei verstehe, zu sagen, hier, du machst nur noch Hokkaiden-Content. Es sind einfach relevant... Also, dass einige Leute jetzt negative Gefühle gegenüber Hokkaiden haben, das kann ich zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Also bei der Spendenthematik, ohne weiter darauf einzugehen, wir bleiben immer noch dran. Wir hoffen, dass das noch besser gelöst werden kann. Auch wenn ich mittlerweile glaube, das kann gar nicht mehr komplett gelöst werden, weil Hokkaiden wird mit Sicherheit nicht den EK vom Lit-Lip leaken und dementsprechend wird das wahrscheinlich niemals zu einem Grad gelöst werden können. Aber auch der Social-Media-Auftritt von Hokkaiden wird ja bei vielen bemängelt. Und da gibt es auch Sachen, die ich manchmal drüber finde. Und auch, dass Tengius dann für Februar angekündigt wurde, obwohl das eindeutig nicht haltbar war und so. Da hoffe ich einfach, das wird sich bessern. Und bei dem Social-Media-Auftritt bin ich auch immer so der Meinung, wenn dir das auf den Sack geht, was Hokkaiden da sagt, ey, dann folgt denen nicht. Ich meine, du hast freiwillige Insta, du hast den Folgen-Button und du entscheidest, was du da anklickst und was nicht. Aber ich kann verstehen, wenn Leute das negativ sehen. Aber objektive Betrachtung der Produkte, das fand ich zum Beispiel extrem geil von Felix letztens, von Schmidi, der hatte, wo habe ich das gesehen? Der hat auf das Low-Load-Review von The Who reagiert. Übrigens The Who, Shoutout, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Nur von Instagram. Nur von Instagram. Der macht jetzt YouTube-Videos. Ah, okay. Und holy fuck, sind die qualitativ geil. Ja? Ja. Und der Typ ist auch Legende. Also ich mag seine Art total gerne. Er ist so ein Freischnauze-Typ. Bisschen älter als die meisten Leute in der Shisha-Szene, aber feiere ich sehr. Ich hoffe, der bleibt dran. Falls du das hörst, bleibt dran. Und da hat Felix aber auch gesagt, er sagt am Ende vom Video noch was zu Cain, aber er bleibt erstmal bei dem Produkt. Und da hat er auch gesagt, Produkt, gut. Also er war auch nicht wegen den 6 bis 8 Gramm, die da benutzt werden sollten, war ja auch nicht so dabei. Kann man sich auch drüber streiten. Ich gebe mittlerweile, da hatten wir dann auch eine Grundsatzdiskussion im Stream. Ich bin der Meinung, kein Hersteller sollte überhaupt Grammzahlen angeben. Ich bin der Meinung, mach Kategorien, S, M, L. Ja. Fertig. Wenn ich ein Hersteller wäre, ich würde niemals Grammzahlen sagen, weil du weißt nie, welcher Tabak benutzt wird. Und allein vom Tabak kann das schon einen Unterschied von 5 Gramm ausmachen, je nachdem. Bei einem Riesendepot sogar maybe mehr. Ja, klar. Und der Kopfbau von Leuten, was jemand als Noppenkontakt oder als Vollkontakt bezeichnet, ist komplett subjektiv. Das heißt, du hast keine Ahnung, welcher Tabak wird benutzt und wie baut derjenige Köpfe. Ich würde niemals Grammzahlen bei einem Kopf angeben, weil wenn du das würdest, dann müsstest du beim Lowload wirklich hinschreiben, 5 bis 20 Gramm. Weil das ist machbar. Alles. Es ist halt wirklich ein Marketinginstrument einfach auch in dem Sinn dann. Natürlich ist es dann teilweise irreführend, wenn man dann... im Gedanken davon ausgeht, okay, ich verbrauche jetzt 7 Gramm, aber ich verbrauche eigentlich 15 Gramm. Ja, aber dann fühlst du dich doch verarscht. Ja, genau. Deswegen bin ich da auch voll deiner Meinung. Ist halt meins Achtens nach, wie es benutzt wird, einfach ein Marketinginstrument. Ja, klar. Also kann ich schon nachvollziehen. Wenn du sagst 6 bis 8 Gramm und dann kriegst du 3 Köpfe aus einer 25-Gramm-Packung, das ist natürlich ein schönes Statement. Ich würde es trotzdem lassen. Ja. Also wenn ich jetzt einen Kopf machen würde, würde ich keine Grammzahl dazu schreiben. Weil ich weiß... Es sind einfach weniger Kopfschmerzen am Ende. Das ist halt einfach das Thema. Ja, genau. Ja, ist eigentlich fast schade, dass man sich dann so ausgiebig darüber unterhalten muss. Aber ja, das ist es am Ende des Tages, ne? Gut. Dann lassen wir das Thema mal hinter uns. Yes. Und kommen zum nächsten. Der Mose Flair. Ja. Der steht vor uns für alle, die die Video-Variante vom Shisha-Cast angucken. Mose hat einen Kohlekorb rausgebracht, den Mose Flair. Der kostet 60 Euro und ist aus einem massiven, gusseisernen Material. Der ist auch wirklich massiv. Also wenn man den anhebt, wenn man den mal in die Hand nimmt, der hat wirklich gut gewischt. 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 Und er ist so konzipiert. Ich will das jetzt eigentlich nicht auf den Tisch machen, während Asche drin ist. Ich mach's mal nicht so übertrieben. Also ich zieh den so zur Seite, sodass der fast kippt und lass ihn dann los. Und er pendelt sich halt immer wieder ein. Mose hat das auch in einem Reel auf deren Seite mit Kohle im Korb gemacht. Und zwar bestimmt zehn Stück oder so. Acht Stück haben sie drunter geschrieben. Acht Stück. Also war schon ordentlich was an Kohle drin. Und die Kohle war an und die haben das trotzdem gemacht und das ging gut. Das ist ein cooles Feature. Aber meiner Meinung nach ist es immer noch besser, seinen Kohlekorb nicht umzuwerfen. Da gehen Grüße an Jannik raus. Der macht das ja trotzdem ab und zu. Dem hätte der Kohlekorb vielleicht das ein oder andere Mal den Arsch gerettet. Das glaube ich auch. Das heißt, wir haben unten eine sehr coole Form. Wir haben ein Gitter, was drinne liegt, ein Sieb, eine Platte mit Aussparung. Genau, wo einfach die Asche nach unten fallen kann und ihr oben einfach eure Kohle ohne Ascheflecken habt. Ja, und man kann natürlich die Kohle deshalb auch geiler abklopfen. Genau. Dass der Griff relativ schmal gebaut ist, finde ich cool. Man hat auch einen Zangenhalter an dem Kohlekorb, der auch erstaunlich gut funktioniert. Und ich war sehr positiv überrascht, wie kalt die Zange bleibt. Im Vergleich schon. Ich meine, ich habe im Vergleich den Zensokohlekorb sehr lange benutzt. Ja. Und da war halt das Problem, dass sie die Halterung nach innen gemacht haben. Die kannst du nach außen biegen. Ich habe die bei mir selbst gebogen. Ich weiß, kannst du, aber vom Berg her kommt sie nach innen gebogen. Und da kannst du die Zange halt vergessen. Die hängt dann da. Keine Chance. Wenn du Kohle im Kohlekorb hast und die Zange hängt da, ist vorbei. Ja, genau. Ich muss sagen, ich persönlich finde, dass der Griff so schmal ist, nicht so geil. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein bisschen massiver ist, weil es einfach vom Gleichgewicht her, so wie massiv der Korb an sich ist und wie filigran im Vergleich der Henkel ist, hätte ich mir das ein bisschen schwerer, dicker gewünscht einfach. Hätte ich, glaube ich, cooler gefunden. Aber an sich finde ich den Kohlekorb vom Design her halt sehr, sehr cool. Am Ende reden wir trotzdem über einen Kohlekorb und über 60 Euro, was wirklich viel Geld ist. Gibt es viele Kohlekörbe. Sagt dir Alex, der den Zensur zu Hause hat. Und einen VZ. Und einen VZ hast du auch. Ich glaube, der VZ-Kohlekorb ist das unnötigste Produkt in meiner ganzen Shishas-Handlung. Was kostet der? Der hat doch irgendwie 120 oder so gekostet, ne? Ja. Dann hättest du dir auch zwei Flares kaufen können. Ja, hätte ich auch zwei Flares kaufen können. Nee, also ich finde, also ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, Junge, ich gebe doch keine 60 Euro für den Kohlekorb aus. Und wenn ihr euch das denkt, dann macht das auch nicht. Ja, safe. Das ist auf jeden Fall kein Produkt, wo man sagt, das braucht jeder. Absolut nicht. Aber es gibt viele Leute, die, sagen wir mal, ziemlich all in bei ihrem Shisha-Hobby gehen. Ja. Alex, ich selbst. Und dann will man vielleicht auch irgendwann einfach nicht einfach nur so einen 10, 15 Euro Amazon-Kohlekorb, den jeder hat und der aus irgendeinem Chinawerk kommt und dann drucken da fünf verschiedene Marken ihr Logo drauf. Ich habe den ja jetzt ewig lange bei mir im Büro benutzt. Zu Hause habe ich auch den Zensur. Der Zensur hat damals, glaube ich, auch 70 Euro gekostet. Ja, ich glaube 70 oder 79. Ja, 70 Euro. Das heißt, er war auch noch teurer. Und man muss fairerweise sagen, das gusseiserne Material ist wirklich massiv. Und wenn du jetzt überlegst, was eine gusseiserne Pfanne oder so ein Topf oder sowas kostet, ist auch immer sehr teuer. Das ist nicht bedeutend weniger Material, was hier benutzt wird. Das heißt, von dem Material, was benutzt wird, wie viel Material benutzt wird und wie schön der Kohlekorb am Ende ist, würde ich sagen, das ist okay für Leute, die gerne in ihr Hobby investieren und jetzt vielleicht sagen, ich habe aber schon zehn Pfeifen und ich habe eigentlich auch gerade keine Elfte, die ich mir kaufen will und Tabak habe ich auch mehr als genug da und Köpfe habe ich auch so ziemlich alles, was man im Moment haben wollen würde. Und wenn man dann immer noch was für sein Shisha-Hobby ausgeben möchte, dann wäre das ein cooler Kohlekorb. Eine Sache, die mich aber stört an dem Kohlekorb, wenn du viel Kohle drinne liegen hast, dann wird der unten so warm, dass er sich im Untergrund festsaugen kann. Hatte ich noch nicht das Problem. Ich weiß, dass wir bei dir das Problem hatten. Wir jetzt beim Tasting, wo man auch dazu sagen muss, dass wir halt Runde nach Runde Köpfe gebaut haben und teilweise mal zehn Kohlen da drinne lagen, dann wird der schon sehr warm. Aber das ist eine Einschränkung, die man auf jeden Fall wissen muss. Wenn man jetzt so wie wir zu zweit raucht und man raucht jeden Kopf mit drei Kohlen an, dann kommt irgendwann von jedem eine Kohle runter, das heißt, wir hatten dann zwei Kohlen im Kohlekorb liegen, ist das absolut kein Problem. Wenn du die Kohle holst vom Kohleanzünder und bis zum Tisch gehst und dann die Kohle in den HMD packst, ist das auch absolut kein Problem. Aber wenn ihr einen Kohlekorb braucht, wo ihr viele Kohlen lange hinstellen könnt, dann ist es der Flair auf keinen Fall. Ja, also wenn ihr jetzt eine Shisha-Bar habt und sagt, okay, ich finde die Option ganz cool, dass der Kohlekorb nicht mehr umgeschmissen wird, ihr da aber gefühlte 30.000 Kohlen drin lagert, keine gute Idee. Nee, absolut keine gute Idee, weil dann hängt er euch am Boden fest. Und ich habe es sogar jetzt, sicherheitshalber bei den zwei Kohlen, die wir jetzt hatten, hätte ich es nicht gebraucht, aber ich habe hier jetzt noch einen alten Kohleteller, gerade tatsächlich da drunter stehen. Also wenn ich jetzt alleine streame oder so und da ein, zwei Kohlen von mir drin liegen, würde ich mir keine Sorgen machen. Man müsste mal den Test machen, ab wie viel Kohlen er unten zu heiß wird, sodass du den nicht mehr auf irgendeinen Tisch oder sowas stellen kannst. Aber das ist auf jeden Fall eine kleine Einschränkung, wo ich mir denke, warum? Also, wenn ich einen Kohlekorb rausbringen würde, dann würde ich das schon gerne haben, dass ich da mindestens mal neun Kohlen drin lagern kann, so für drei Köpfe, ohne dass der unten heiß wird. Oder dann musst du halt noch irgendeinen Standfuß dran machen oder irgendwie sowas. Das ist halt Feature nicht mehr. Welches Feature? Dass du nicht umfällst. Wenn du einen Standfuß unten hast, wird das nicht. Ja, das stimmt. Aber vielleicht hätte man ja auch das irgendwie mit einer, noch einer Gummimatte, die unten verklebt wird oder sowas lösen können. Das stimmt. Also, ich sage ja nicht, es gibt die perfekte Lösung für das Problem. Ich sage nur, das ist ein Problem. Genau. Und das ist etwas, was mich an dem Produkt stört. Und das ist ja alles, was ich als Reviewer dann am Ende sagen kann. Das ist etwas, was mich daran gestört hätte. Da hätte ich mir gewünscht, dass Mose das noch besser gemacht hätte. Das sehe ich auf jeden Fall. Also, wenn ihr einen schönen Kohlekorb haben wollt, der sehr hochwertig verarbeitet ist und der für ein bis drei Pfeifen easy peasy geht, außer ihr lasst jetzt für drei Pfeifen dauerhaft die Kohle drin liegen, für eine Shisha-Bar oder für eine fette Party, wo da dauerhaft über zehn Kohlen drin sind, würde ich sagen, ist er nicht geeignet. Ja, würde ich auch mitgehen. Aber so wie ich den bei mir im Büro benutze, wunderbar, wenn mal viele Kohlen rein müssen, dann lege ich da noch irgendwas drunter und dann ist das auch okay. Dann habe ich da auch kein Problem. Und wenn ihr trotzdem Interesse habt, findet ihr bei Mose auf der Seite an der Schlaufe der Werbung. Und könnt ihr mit dem Code, kriegt ihr Code SVG? SVG. Und Code Directly kriegt ihr, was gibt es momentan bei Mose? Also, ich weiß, was bald kommen soll. Ah, okay. Kannst du schon sagen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Weiß ich nicht. So Shisha-Cast exklusiv? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Also, ich kann euch nicht versprechen, dass es passiert, das heißt, ihr dürft niemanden drauf festnageln, aber es war im Gespräch, ob nicht die Aufbewahrungsdosen von der Motion beim Code dabei wären. Ich weiß nicht, wann das kommt, ich weiß nicht, ob es kommt, aber es war in Diskussion und ich habe gesagt, ich fände das übertrieben geil, weil das ist wirklich was und wenn du da 10, 15 von auf Lager hast, brauchst du. Braucht man. Kann man immer gebrauchen, gerade in der 25-Gramm-Zeit jetzt. Aufbewahrungsdosen von der Motion finde ich auch sauschön. Ich werde auch anfangen umzupacken. Ich habe mir auch einen Haufen davon bestellt. Same. Also übrigens... Ich glaube, ich habe 40 Stücke oder sowas bestellt. Irgendwie auch neues Produkt von der Motion, die Aufbewahrungsdosen. Finde ich sehr, sehr cool. Das Ding ist, ich habe ja, ich glaube, vor zwei Folgen gesagt, ich will nicht umpacken. Ich würde gerne umpacken. Ich weiß nicht, ob ich mir die Zeit davon nehmen will. Ja klar, also dass es jeder schöner finden würde, wenn er eine 200-Gramm-Dose dastehen hat, ist klar. Aber je nach Tabakmarke dann immer alles aus den Zippern holen und da reinschaufeln. Das ist halt wirklich scheiße viel Arbeit. Auf der anderen Seite, ich habe das vor Monaten für Blackburn gemacht und habe dann wirklich einmal einen Haufen bestellt und habe dann teilweise 300, 400 Gramm in eine Dose gequetscht. Und seitdem habe ich auch nichts mehr umgepackt von Blackburn. Ja, ich muss auch sagen, mich hat es letztens richtig genervt, weil ich mir eine sehr große Bestellung gezogen habe von Cibero, Dosage, Blackburn und Nasch und hatte ich zwei Kisten neben meinem Schreibtisch stehen und ich bin wirklich ausgerastet. Also ab einem gewissen Punkt, vor allem von den Sorten, die man dann häufiger raucht, lohnt es sich meiner Meinung nach schon umzupacken. Es ist super nervig, aber mein Blackburn-Beispiel, es ist wirklich ewig her, dass ich ihn umgepackt habe und wenn man halt einmal 300, 400 Gramm auf einmal, ich mache in einen Kopf, wenn ich mir Repay-F oder sowas mit reinmische, dann kommen da 5 Gramm rein. Wenn ich 400 Gramm in so eine Dose packe, das hält ewig. Das hält ewig. Also es ist zwar nervig, am Ende des Tages ist man aber wahrscheinlich einfach froh, wenn man es gemacht hat. Ja, ich denke auch. Deswegen ist es schon okay. Wir waren vorhin kurz beim Wandenberg, da wollte ich euch noch mit in die Gerüchteküche nehmen und zwar, also eigentlich nicht Gerüchteküche, ich habe das von zwei unterschiedlichen Quellen gehört, die beide genau dasselbe gesagt haben und auch gesagt haben, dass das direkt von Wandenberg kommt. Wandenberg kriege ich zumindest ab und zu immer wieder DMs, ab und zu immer wieder, perfekt. Also ich kriege hin und wieder DMs, die fragen, ey, ich wollte einen Wandenberg kaufen, aber ich finde den nirgendwo. Angeblich gab es da Probleme mit dem Tonlieferanten und ohne Ton kannst du eben relativ schwer Köpfe machen, hoffen wir, dass sich das Problem dann löst und dass es dann wieder regelmäßig Wandenbergs gibt. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Wandenberg-V1 seid, dann müsst ihr wahrscheinlich im Internet ganz schön viel suchen. Ich drücke die Daumen, dass ihr was findet, aber die Chancen stehen eher schlecht. Haben wir alle unsere Themen eigentlich wunderbar durch. Intertabak haben wir, Tangiers haben wir, Shroom haben wir, Wandenberg haben wir, Moseflair haben wir. Da haben wir noch ein Thema. Ja, da haben wir noch ein Thema. Der Nevo-HMD. Nevo-Pure. Nevo-Pure. Ein elektrischer HMD. Das heißt, du brauchst keine Kohle mehr und du nimmst auch keinen anderen HMD. Das ist sozusagen der HMD mit der elektrischen Kohle integriert und das kannst du dir auf dein Köpfchen packen. Dann schließt du das Ganze an Strom an. Irgendwann später soll es auch noch ein Akkupack geben. Und das ist aktuell, das ist jetzt raus. Also es gab vor, wann fingen die Vorbesteller an? Zur Messe. Zur Messe, stimmt. Zur Messe, ja. Auf der Messe konnte man vorbestellen. 250 Euro hat das Ganze gekostet. Da gab es dann auch noch ein kleines Drama. Es gab einen Newsletter-Rabattcode mit 30%. Da haben sich die Leute gefreut und haben das für den Nevo benutzt. Dann hat Aeon E-Mails geschrieben und hat gesagt, nee, nee, das geht da drauf nicht. Das müssen wir stornieren. Die Leute haben sich schon gefreut und dann, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Marge beim Nevo nicht so hoch ist und dass da erstmal viele Entwicklungskosten wieder reingeholt werden müssen. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber wenn ich mich in die Situation versetze und mir denke, geil, ich habe gerade ordentlich Cash gespart und dann wird mir der Rabatt genommen, wäre ich auch so. Würde ich auch so. Ja, vor allem gerade bei 30% und dann denkst du, okay, ich spare 70 Euro auf Nevo haben D, ist so ein No-Planer eigentlich fast zum Ausprobieren und dann wird gesagt, okay, geht nicht. Schade, kann ich aber aus Aeon Seite auf jeden Fall auch nachvollziehen. Safe. Und aus meiner Perspektive, das Nächste, was nicht so cool war, es wurde nie kommuniziert, dass keine Blogger-Codes gehen, also sagen wir einfach mal Creator-Codes. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Ja, also am Anfang hieß es dann auf einmal, also vorher wurde da nie drüber geredet und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ich habe keinerlei Kooperationsplan mit Nevo, also da gibt es keine Bezahlung, nada, alles auf freiwilliger Basis, mache ich auch gerne, dann wäre es allerdings natürlich cool, wenn die Creator-Codes gehen, sodass man da was mit verdienen kann. Also in einer absoluten Traumwelt hätten wir einfach auf magische Art und Weise genug Geld zum Leben, aber die Rechnungen bezahlen sich nicht von alleine, deswegen wäre es natürlich schön gewesen, wenn man da provisionstechnisch was hätte dran verdienen können. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich würde das sehr gerne noch sehr lange weitermachen und da wäre das natürlich schön, wenn das funktioniert. So, das wurde erst nicht kommuniziert, dann gingen die einfach erstmal nicht und irgendwann später wurden die mit eingepflegt, dann hieß es ja, die gingen doch. Einziges Problem ist, wenn sowas auf den Markt kommt, dann bestellen von 100 Leuten, die da schon ein Interesse daran hatten, bestellen 80 davon schon sehr schnell. Und das heißt, die Creator-Codes waren dann leider auch für den Arsch beim Nevo und das war jetzt noch was, was aus meiner Blogger-Perspektive halt ein bisschen schade war. Ja, verstehe ich. So, dann kam aber das Produkt raus. Du hast den Finale noch gar nicht getestet, ne? Ich weiß nicht, ob es der Finale war. Es war auf jeden Fall der Prototyp, der zu dem Zeitpunkt am neuesten war und der müsste hier, sagen wir mal, so 90 Prozent das fertige Produkt. Also, Aussage von Nevo war, weil ich hatte ja auch schon einen Prototyp hier, den ich ein bisschen testen konnte. Jetzt habe ich den neuen bekommen und die Aussage von Nevo war, der ist 60 Prozent besser. Okay. Für mich? Ah, ah. Okay, soll ich vielleicht kurz anfangen, weil ich habe ja eher, also ich habe sehr, sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Also, ich dürfte den Prototypen vor einem Monat oder sowas, dürfte ich den mitnehmen und zu Hause einfach ein bisschen rumprobieren. Das war auch so, wenn das vor einem Monat war, dann war das mit Sicherheit derselbe Prototyp, den ich vorher da hatte und nicht das finale Produkt, was ich jetzt da habe. Okay, weiß ich nicht, weil ich dachte, das wäre nicht, also ich habe verstanden, dass es ein neuer Prototyp wäre. Dann war es vielleicht auch eine Stufe vorher, aber soweit ich weiß, sind die finalen ersten paar Tage angekommen, bevor der jetzt auch final rausging. Okay, gut. Also, mein Stand war, das ist fast, also so gut wie das Fertigprodukt, zwar einer der neueren Prototypen und durfte ich mich nach Hause nehmen und testen und wir haben natürlich erst mit dem Office ein bisschen getestet. Zu Hause muss ich sagen, mit Funnel war ich sehr, sehr happy, also was das Geschmackserlebnis angeht, war ich super happy, weil das wirklich, es ist, es ist meiner Meinung nach wirklich ein anderer Geschmack, wenn du mit Nevo rauchst oder wenn du mit Kohle rauchst. Du schmeckst die Kohle raus bei normalen Setups, auch wenn du sie nicht rausschmeckst. Genau, das ist das Verblüffende. Genau. Du weißt gar nicht, wie Kohle schmeckt, bis du den Nevo mal probiert hast und du auf einmal den puren Geschmack hast. Und das ist faszinierend. Das ist geisteskrank und das war auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich könnte mir sehr gut vorstellen, durchgehend Nevo zu rauchen. Was ich gesagt habe, was mein Mangel zu dem Zeitpunkt war, war so ein bisschen, dass ich immer, kann vielleicht auch an mir liegen, dass ich immer auf Stufe 4, 5 geraucht habe, weil ich einfach so diese Hitze brauchte und das Rauchgefühl und die Rauchentwicklung sind nicht eins zu eins so so dicht wie bei normalen Setups. Das war so mein Feedback für ein Funnel, wo ich aber sage, würde ich persönlich für den Geschmack, den ihr durch Nevo habt, jedes Mal wieder verzichten. Das war so Funnel-Experience. So, jetzt stell dir mal vor, du musst mit der Rauchentwicklung Content machen. Ja, sehe ich. Du siehst das Problem oder du siehst, dass du das machst? Ich sehe das Problem, aber ich muss sagen, so für Plaus und so weiter, ich habe da ein bisschen Storys gemacht, auch ein bisschen Reels gedreht und da muss ich sagen, kam ich eigentlich sehr, sehr gut hin sogar. Du nicht? Nee, also dasselbe, was der Alex gesagt hat aus meiner Perspektive jetzt, wenn du mit dem Nevo rauchst und du hast den angeraucht, also du hast eine 9-Minuten-Phase, wo er erstmal hochheizt, das ist absolut okay, in der Zeit kann man was anderes machen und man ist ja dann eh nicht limitiert, dass die Kohle irgendwie verglüht. Der Nevo kann das ja schön konstant halten. Das heißt, auch aus der Perspektive ist das nochmal was komplett anderes. Der heizt die 9 Minuten hoch und dann musst du meiner Meinung nach trotzdem nochmal so 5 Minuten anrauchen, bis das Ding wirklich komplett heiß und komplett da ist. Also meiner Meinung nach geht so eine gute Viertelstunde drauf, bis das Köpfchen wirklich an ist. Auf 100 Prozent. Auf 100 Prozent, ja. Bis der wirklich, wo du jetzt sagst, wo du sagst, jetzt ist er da. Ja. Jetzt bist du happy mit. Und von dem Gefühl beim Ziehen hast du wirklich den Eindruck, dass das unglaublich viel Rauch ist. Dann pustest du aus und wenn du dich auf den Geschmack konzentrierst, ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, faszinierend. Ja. Also den Tabakgeschmack mal so pur zu haben, die Aromen so gut rauszuschmecken, ist ganz anders. Ja. Und dann siehst du die Rauchwolken und dann bist du ein bisschen enttäuscht. Und auch von der Performance her musste ich mich am Anfang sehr hart dran gewöhnen. Wenn ich meine Köpfe baue wie normal, funktioniert das gar nicht. Muss ich sagen, hatte ich beim Funnel eigentlich gar kein Problem. Also ich habe auch, ich für mich habe herausgefunden, Wandenberg für mich der beste Kopf dafür. Kann ich auf Vollkontakt bauen, kann ich auf Noppenkontakt Randhöhe bauen, sage ich mal. Und lief eigentlich jedes Mal top. Okay, Wandenberg muss ich auf jeden Fall noch testen. Wir haben das meistens mit den Hukain-Köpfen getestet. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich muss sagen, Hukain hatte ich, glaube ich, gar keinen Kopf. Ich hatte noch den Primis. Ich glaube, ich hatte einen Kopf im Popo gehabt oder sowas. Kann ich dir jetzt aber keine aussagekräftige Resonanz zugeben, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es nicht mit Wandenberg getestet, da wäre ich jetzt gespannt, wie das Ganze funktioniert. Aber ich habe es auf verschiedenen Hukain-Köpfen und auch noch auf ein paar anderen Köpfen. Primis hatte ich zum Beispiel auch. Meiner Meinung nach muss man sich schon sehr einschränken beim Kopfbau. Alles über Noppenkontakt ist meiner Meinung nach nicht gut für das Ding. Und selbst wenn du den Kopfbau extrem optimierst für den Nevo, musst du sogar meiner Meinung nach noch die Pfeife optimieren. Weil je kleiner die Pfeife, umso besser für den Nevo, je größer die Pfeife, umso schlechter für den Nevo. Das heißt, du hast eine Einschränkung beim Kopfbau und du hast eine Einschränkung bei der Pfeifenwahl. Ich kann es euch nicht chemisch, biologisch erklären, warum. Und ich habe es auch Nevo am Anfang nicht geglaubt, aber es funktioniert tatsächlich auf kleinen Pfeifen besser. Nevo hat gemeint, weil dann schneller, der Rauch ist schneller an dem Part, wo er gekühlt wird. Und das ist bei der Art, wie der Nevo funktioniert, dann dementsprechend deutlich besser. Ich wollte es nicht glauben, wir haben es getestet. Es hat auf einer Novi-Tag, also auf einer Viral One Novi-Tag, hat es viel besser funktioniert, als zum Beispiel auf einer großen Steamo. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, über zwei Wochen, muss ich da in beiden Punkten sogar fast widersprechen, also halb widersprechen, einen Punkt komplett widersprechen. Weil ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich meinen Kopfbau gar nicht anpassen muss. Ich habe trotzdem ganz normal auf Kontakt gebaut und war damit sehr, sehr happy. Und vor allem, was ich am Nevo halt sehr, sehr geil fand, war, du kannst die Köpfe zu 100% komplett durchrauchen. Du hast am Ende einen komplett trockenen Donut, wenn du es wirklich drauf anlegst. Den nimmst du, den kannst du fast vom Nevo abnehmen. Auch noch ein wichtiger Punkt, Reinigung. Ja, Reinigung. Es war ja teilweise... Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte, ich schmeiße mal den Anker, damit wir da gleich hinkommen. Dann können wir gleich auf jeden Fall wieder hinkommen. Genau. Also da muss ich sagen, muss ich dir widersprechen, was den Kopfbau angeht. Bei Funnelköpfen bezüglich kleinen, großen Pfeifen habe ich einen Unterschied gemerkt, der aber in dem Kosmos, wie der Nevo funktioniert, für mich nicht riesig war. Also ich habe es sowohl auf einer Penta als auch auf einer... Ich glaube, Travel-Pfeifen habe ich nicht benutzt, aber auf kleinen Einschlochpfen. Ja, okay. Also das macht ja nochmal einen riesigen Unterschied. Genau, das macht halt nochmal den Unterschied. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt vom Sprung von einer Flashbang auf eine Steemo, habe ich keinen riesen Unterschied gemerkt. Gut, aber dann hattest du ja einen Sprung von, ich sag mal, 10 Zentimetern Unterschied und wir haben halt einen Sprung von 25 Zentimetern oder so gemacht. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich mit den Ergebnissen eigentlich jedes Mal sehr happy war. Wie gesagt, der einzige Punkt in der Funktionsweise mit dem Funnel war für mich, Rauchgefühl und Rauchdichte könnte in meinem Meinung nach auf jeden Fall noch mehr sein. Es soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Also ich bin schon happy mit dem Nevo, aber es gibt meiner Meinung nach eben immer noch wichtige Einschränkungen. Und meine große Sorge ist, bei den Leuten, die den jetzt bald bekommen, dass die denken, du machst alles eins zu eins wie vorher und es ist eins zu eins wie vorher. Weißt du? Ja, ich weiß, was du machst. Es ist halt ein anderes Rauchen. Es ist ein anderes Setup. Und du musst dich meiner Meinung nach wirklich komplett neu drauf einstellen. Und jeder, der sich denkt, ich ziehe mir ein Nevo und mache alles so wie vorher, kann ich mir vorstellen, dass sehr viele Leute sehr enttäuscht werden. Ich bin aufs Feedback gespannt, weil ich muss sagen, ich habe fast nichts verändert. Vielleicht hast du ja Lust, mir nach einem Shisha-Cast nochmal einen Wandenberg zu bauen, so wie du den mit dem Nevo raust. Ja, klar. Und dann rauche ich danach, ich muss ja eh gleich noch schneiden, dann rauche ich danach noch den Kopf. Weil ich glaube, Wandenberg hatte ich nicht. Und ich habe komplett andere Erfahrungen gemacht als du. Also wenn du da Bock drauf hast und ich dich nochmal zu einem Kopfbau nötigen kann, dann wäre das cool. Dann werde ich das so nochmal testen. Ich muss sagen, im Funnel musste ich mich null einschränken. Und für mich haben die Vorteile, die das Gerät bringt, so weit überwogen zu den Nachteilen, dass ich sage, dass ich wirklich in der Zeit, wo ich den Prototypen getestet habe, ich glaube, ein einziges Mal zu einem normalen Setup gegriffen habe. Und da komme ich auch direkt zum negativen Punkt vom Nevo, was mich sehr, sehr stört. Und im Vergleich, und zwar, das sind nämlich Meerlochköpfe. Wenn ihr gerne Meerlochköpfe raucht, gerade vor allem Darkpland, weil ich denke mal, Virginia wird trotzdem mehrheitlich im Funnel gebaut, muss ich leider sagen, beim Meerlochkopfbau müsst ihr euch zwingendermaßen anpassen durch die Funktionsweise vom Nevo. Da müsst ihr auf jeden Fall ein Durchzugsloch bauen, wenn ihr einen Meerlochkopf rauchen wollt. Und selbst dann, muss ich sagen, ist es nicht das Gleiche, wie wenn ihr ein normales Setup mit einem HMD und Kohle habt. Also, wenn ich ein Meerlochkopf, wenn ich die Experience von einem Meerlochkopf haben will, würde ich jedes Mal empfehlen, lieber ein Kohle-Setup zu nehmen als den Nevo. Der Punkt war aber, an dem ich war, wo ich den Nevo getestet habe, so weit, dass ich gesagt habe, ich habe gar nicht dieses Verlangen momentan nach einem Meerlochkopf, weil ich Kohle benutzen muss. Sondern ich habe lieber gesagt, ich baue mir lieber noch einen Funnel, weil ich diese Geschmacksintensität so krass finde und dieses Rauchen so angenehm und dieser Verbraucherspekt so mit für mich reinspielt, dass ich lieber mehr Köpfe mit dem Nevo und Funnel geraucht habe, als auf einen Meerlochkopf umzuschwenken. Was in normalen Kohle-Setups für mich nicht der Fall gewesen wäre. Also, meine Meerlocherfahrung kann ich auf jeden Fall kurz und knapp zusammenfassen. Die war schrecklich. Und ich kann dich mir sehr gut vorstellen. Also, wenn jemand gerne Meerloch raucht, ist der Nevo ein absolutes No-Go. Also, für einen Funnel kriegt man den zum Laufen. Es ist faszinierend. Man muss ja nochmal fairerweise, muss ich einmal kurz einen Bogen schlagen und sagen, das ist das erste Consumer-Produkt in dieser Kategorie, das für einen halbwegs erschwinglichen Preis auf den Markt kommt. Also klar, es gibt auch noch den Hookamonk und noch ein paar andere. Aber der Hookamonk zum Beispiel kostet ja auch irgendwie 1400 Euro. Der Nevo kostet in Anführungszeichen im Vergleich nur 250. Das ist für einen Enthusiasten machbar, aber für einen elektrischen HMD über 1000 Euro auszugeben, das ist, ich würde sagen, komplett irrelevant. Und dafür, dass es die erste Generation von so einem Produkt ist, was auf den Markt kommt, ist das schon sehr nice. Aber für Meerlochköpfe auf keinen Fall. Für Funnel mit gewissen Einschränkungen gut machbar. Für Meerlochköpfe No-Go. Meine Meinung. Ja, also Meerlochköpfe muss ich auch sagen, ich habe sehr, sehr viele Anläufe gemacht mit Meerlochköpfen, mit verschiedenen Arten vom Kopfbau. Und wenn man einen Meerlochkopf rauchen will, kommst du nicht drum rum, mindestens ein Durchzugsloch zu machen, einfach durch die Hitzeverteilung des Nevos. Und selbst dann habe ich das Gefühl, ist es nicht eins zu eins die Experience, die ich mir von einem Meerlochkopf erwarte. Deswegen war für mich die Sache, okay, wenn ich Nevo rauche, dann Funnel, dann bin ich aber auch super happy gewesen. Weil, wie gesagt, die beiden Nachteile für mich, Rauchgefühl und Rauchdichte, waren sehr, sehr gut zu vernachlässigen für das, was mir für Vorteile bringt. Und das war so das Ding, wo ich sage, okay, ich würde mir ein Nevo auf jeden Fall holen, würde dann aber bei Meerlochköpfen auf jeden Fall auf den Armdium schminken, wenn ich wirklich mal richtig Bock habe auf einen Meerlochkopf. Abschließend zum Nevo, weil ich auch schon ein paar Fragen habe. Wann kommt ein Video? Es gibt noch gar kein Video dazu. Reinigung müssen wir noch kurz machen. Ach, Reinigung. Hast du kurz eingebaut. Ja, Reinigung. Wie der Alex schon gesagt hat, das ist kein großes Problem. Also es gibt zwei einfache Taktiken. Die erste Taktik ist, du rauchst deinen Kopf wirklich gottlos durch, was kein Problem ist, weil im Gegensatz zu Kohle wir die Temperatur konstant halten können, was auch zum Beispiel ein Riesenvorteil für so ein Wandenberg ist. Wenn du sonst gesagt hast, nee, beim Wandenberg, da habe ich immer ein bisschen unverbrauchten Tabak und deswegen rauche ich lieber einen Lowload, denn mit dem Nevo rauchst du einfach weiter. Da ist nicht irgendwann Kohleschluss, Kohlewechsel oder sonst was angesagt. Und es schmeckt einfach nicht nach Kohle. Also selbst wenn du sagst, okay, ich rauche einen Wandenberg, mache einen Kohlewechsel, hast du ja trotzdem diesen Prozentsatz, wo der Kopf einfach kippen kann und dann rauchst du einfach Kohle. Ja, und das kommt durch den Temperaturabfall und spontan wieder Anstieg. Und das hast du nie beim Nevo. Und deswegen ist auch das, wie soll man sagen, das digitale Kohlenachlegen halt kein Problem. Wenn du den so durchrauchst, dann kratzt du den Tabak unten ab, gehst nochmal trocken, zweimal mit der Drahtbürste drüber und das Ding sieht wieder aus wie vorher. Du hast leichte Gebrauchsspuren unten, aber die sind weit davon entfernt, dass ich sage, das wäre jetzt ekelhaft, danach den nächsten Kopf damit zu rauchen. Und die andere Taktik ist, wenn du irgendwie mal sagst, ah, ich musste jetzt aber nach einem halben Kopf abbrechen, ich musste los und jetzt hängt da doch irgendwie der Siff unten dran, dann kratzt du das einfach über der Spüle ab, machst dir irgendwie ein Tempo, ein Zeva oder sonst was ein bisschen feucht, legst das irgendwo auf eine Erhöhung, legst den Nevo drauf, sodass das auf der feuchten Platte liegt und danach gehst du nochmal kurz mit der Drahtbürste drüber und dann ist der auch wieder sauber. Ich bleibe trotzdem dabei, eine austauschbare Platte unten wäre auf jeden Fall ein Gamechanger gewesen, aber es ist auch nicht schlimm, den sauber zu machen. Also die Praxiserfahrung von meinem Prototyp und jetzt dem Finalen hat gezeigt, das ist jetzt nicht unbedingt schwerer, stressiger oder nerviger, den Nevo sauber zu machen mit einer einzigen Kleinigkeit. Wenn du den einweichen musst, musst du natürlich ein kleines bisschen warten, bis er wieder ready ist. Ja, ich glaube, es kommt von Nevo sogar so ein kleines Reinigungskit, einfach mit einer Erhöhung, wo er perfekt draufpasst, mit so einem Schwämmchen drauf, kannst du drauflegen, nimmst ihn ab. Ich habe ihn, glaube ich, einmal einen Tag eingelegt oder einen halben Tag. Also du hast ihn unten leicht eingeweicht, du hast also natürlich den Nevo darfst du nicht einlegen. Ich habe ihn einweichen lassen, hochgehoben, mit einem Tuch drüber, war wie neu. Also Reinigung, sehr einfach, muss man sich nicht zu viele Gedanken machen. Das Einzige, was nicht geht, ist irgendwie Kopf nach Kopf nach Kopf nach Kopf direkt zu rauchen. Muss schon immer kurz warten, bis der halbwegs anfassbar ist, was eine Sekunde dauert. Abschließend, Nevo, ich bin gespannt. Ich freue mich, dass der erste Grundstein in dieser Kategorie schon so gut ist, wie er ist. Aber bis das die absolute Perfektion ist, haben wir, glaube ich, trotzdem noch einen weiten Weg vor uns. Und, weil ich schon ein paar Fragen habe wegen Review, wann kommt das? Ich habe noch nicht viele Köpfe mit dem Kopf rauchen können. Auch jetzt, Dienstag, ich muss noch Sport machen, ich muss noch das Video schneiden, dann ist wieder Stream, dann ist die Woche noch in der Tabak und dann ist schon wieder Wochenende. Ich muss das irgendwie noch reinkriegen, dass ich den noch ein paar Mal testen kann, kann mich leider nicht zerreißen. Und wenn ich mir sicher bei meiner Meinung bin, dann werde ich auch ein Video zu bringen, selbstverständlich. Aber das kann halt noch ein paar Tage dauern, weil ich will jetzt nicht vorab irgendwie ein Video machen, weil zum Beispiel allein die Meinung, die ich jetzt vom Alex gehört habe, ist in so vielen Punkten so unterschiedlich zu meiner, dass ich meine Meinung schon wieder viel krasser hinterfrage. Das ist trotzdem einfach mein erster Eindruck und so sage ich euch den. Aber es wäre noch schöner, wenn ich euch dann sagen könnte, der Alex hat mir einen Wandenberg gebaut und das lief wunderbar. Und deshalb lasst mich da noch ein bisschen testen und wenn ich mir bei meiner Meinung sicher bin, dann kommt auch ein Video dazu. Yes. So, wir haben wieder was Neues. Also wir haben was Neues und wir haben was Neues Altes. Und das Neue Alte ist, wir haben tatsächlich mal wieder eine Instagram-Fragerunde gemacht. Und das Neue Neue ist, wir wollen euch noch mehr einbinden. Das heißt, wenn ihr Bock habt, beim Cast ziemlich direkt mitzuhelfen und sogar zum Teil ein Part vom Cast zu werden, dann könnt ihr das jetzt machen. Wir haben ja den offiziellen Shisha-Cast-Account, also einfach Und wir würden gerne eine neue Rubrik im Shisha-Cast eröffnen. Und zwar Hotline Shisha-Cast, wo ihr uns auf dem Instagram-Account Shisha-Cast eine Sprachnachricht schickt und einfach sagt, hey, ich bin der Leon und ich habe euren Content gefunden und ich rauche mit meinen Jungs gerne am Wochenende mal eine Pfeife. Und wir haben jetzt 180 Euro zusammengeschmissen und wir brauchen eine große Vierschlauch, Shisha und was ihr halt sonst noch so wollt. Vielleicht auch noch dazu sagen, was ihr schon habt und was ihr dann wollt. Und dann können wir euch hoffentlich helfen, die Pfeife zu finden, die für euch am besten ist und können das zu zweit ausdiskutieren und euch dann hoffentlich zwei geile Meinungen, maybe auch nur eine Meinung, wenn wir uns da einig sind, wahrscheinlich eh nicht, euch dann eben weitergeben. Ich wusste es. Also das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr uns gerne Fragen zukommen lassen. Das können auch andere Fragen sein. Also wenn ihr generell Fragen habt, die ihr gerne mal von uns im Shisha-Cast beantwortet haben wollt, dann könnt ihr die auch an den Shisha-Cast-Account schicken. Aber wenn ihr eben die Hotline Shisha-Cast wählen wollt, dann einfach eine Sprachnachricht mit eurer Frage sei es zu Setup, Kaufberatung, Kaufberatung oder auch allgemeine Sachen. Einfach eine Nachricht an Shisha-Cast, dann werden wir die hier mit einbinden. Das heißt, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, müsst ihr euch auch damit einverstanden erklären, dass eure Stimme und euer Username oder Vorname, falls ihr uns den mitschreibt, dass wir das kurz einmal im Shisha-Cast nennen. Aber das wäre auf jeden Fall eine Kategorie, auf die ich Bock hätte. Ich stelle mir das ziemlich spannend vor, weil am Ende sind wir ja genau dafür da, um eure Shisha-Fragen zu beantworten. Und wie sollte das besser gehen, wenn wir nicht einfach direkt eure Fragen beantworten? Und speaking of eure Fragen beantworten, wir haben wie gesagt heute mal wieder eine kleine Fragerunde auf Insta gemacht und da würde ich jetzt noch dazukommen. Ja, können wir reinstatten auf jeden Fall. Ich hätte als erstes von Piet-Rak-Knöl, Knoell? Mhm. Piet-Rak-Piet-Rak-Knoell? Maybe? Also von Piet. Von Piet. Seit wann raucht ihr Shisha? Ich glaube, das erste Mal gezogen war vor 18 sogar. Nein. Alex. Aber so wirklich angefangen mit aktiv Shisha rauchen, hat dann in Bars sogar wirklich. Und dann halt wirklich doch sehr, sehr schnell mit eigenen Pfeifen, eigenen Setups. Und ja, ich glaube so so 18,5 oder sowas muss es gewesen sein, wo ich dann wirklich richtig angefangen habe und dann auch relativ schnell, glaube ich, sogar den Block gestartet habe. Krass. Ja, du bist ja auch noch ein Jungspund. Du bist einfach ein alter Mann. Bei mir ist das schon ein bisschen länger her. Also ich bin jetzt 31 und habe auch, also es gab mit Sicherheit auch mal die Situation, wie Alex gesagt hat, wo ich irgendwann mal Feuer gezogen habe. Aber so richtig angefangen hat es bei mir während der Abi-Phase, wo dann bei uns in Rottgau-Jügesheim, also ich bin in Rottgau aufgewachsen und in Rottgau-Jügesheim hat dann die Simba aufgemacht und da sind wir dann nach der Schule abends und so, sind wir da immer häufiger hin. Und ich glaube, nach so einem Dreivierteljahr oder so haben wir dann gesagt, ey, das ist zu teuer für uns arme Schüler mit kleinem Nebenjob. Wir können nicht immer in die Shisha-Bar gehen, weil das dann halt immer mehr wurde. Und irgendwann waren wir dreimal die Woche in der Shisha-Bar und jedes Mal gibst du so ein Zwanni aus, das sind 60 Euro die Woche. Das ging irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, dann lass doch zusammen eine Pfeife kaufen und dann rauchen wir da immer. Und ich hatte so auf dem Dachboden bei meinen Eltern gab es so ein Zimmer, das eigentlich nicht genutzt wurde. Das war früher mal Tonstudio von meinem Dad. Dann war es irgendwann Modelleisenbahnzimmer und dann war da halt auch ewig nix. Und dann war das irgendwann mein Shisha-Zimmer. Und da haben wir dann immer gesessen und haben Pfeife geraucht. Also so richtig, wahrscheinlich auch so mit 18, halb 19, aber angefangen zu rauchen mit 18. Hast du eigentlich mitbekommen, dass im Simba eingebrochen worden ist? Nee. Was haben die geklaut? Ich glaube, die haben die Kasse mitgenommen. Ich glaube, Macbooks. Kasse-Macbooks. Und der Patrick hat auf Instagram das Video veröffentlicht. Echt? Ja. Man sieht das Einbruchs-Video? Ja. Boah, das muss ich mal angucken. Das ist irgendwie spannend. Also scheiße, dass es eingebrochen wurde, aber das Video ist bestimmt spannend. Und ich habe mir die Videos angeguckt. Und ich könnte wetten, wenn ich das richtig gesehen habe, ist wirklich einer von, also es waren zwei Einbrecher. Ist einer von den beiden, als die gerade rausgehen wollten, nochmal kurz zur Küche gerannt, hat sich wirklich noch einen Dose-Talk mitgenommen. So, wo sie so erst mal jetzt zu Hause den Kopf rauchen. Alter. Und haben die viel Geld erbeutet? Das weiß ich gar nicht. Ich habe mir, das ist jetzt nicht großartig angehört, ich habe mir die Videos angeguckt und habe nur bekommen, dass das da eingebrochen worden ist. Krass, Digga. Schmutz. Abschaum. Hast du eine Frage? Ja. Vielleicht auch passend zum HMD-Thema. Nee. Darkplan-Thema. Der Andi fragt nämlich, wie findet ihr die Darkplan-Auswahl in Deutschland gut oder zu wenig? Akzeptabel. Ja, ich würde auch sagen, mittlerweile auf jeden Fall in einem akzeptablen Bereich, wo man doch eine gewisse Vielfalt hat. Ja. Und auch in jeder stärken Region, sage ich mal, jeder was für sich findet. Und auch von Geschmack, egal ob jetzt Grundtabak-Geschmack oder auch Aromen, hat man mittlerweile wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Also es könnte natürlich immer mehr sein. Ja. Also würde ich mich beschweren, wenn wir so viel Darkblend hätten, wie die zum Beispiel in Russland haben? Nö, wäre geil. Aber also wenn ich zurückdenke, wurde es ja, also es kommt ja eigentlich jedes Jahr sind ein, zwei, drei, vier Darkblend-Hersteller dazugekommen. Und wenn der Trend so weitergeht, dann bin ich da happy mit. Ja, safe. Eine Frage, die wir relativ schnell abhaken können. Nochmal von Noel, Digga. Ich darf nicht so die Fragen von Noel nehmen. Aber der stellt gute Fragen, was wir zu machen, ne? Ekligster Tabak, den ihr je geraucht habt. Bei mir ist es der Bonche Salami. Da habe ich fast gekotzt. Der Salami? Ja. Boah, ich glaube, ich habe gar nicht so viele Ekelhafte geraucht. Ich glaube, bei mir wird es wahrscheinlich auch Farmer hinauslaufen. Ja, verständlich. Nachvollziehbar, ne? Ja. Ich glaube, ich habe einmal Bacon probiert. Bacon fand ich sogar besser als Farmer. Echt? Ja. Hätte ich auch fast in den Laden gekotzt. Dann habe ich mal in einem Shisha-Shop probiert, bin ich reingelaufen und einer hat mir mal so einen Schlauch hingehalten. Ich glaube, der war sogar zu zweit gewesen. Echt? Ja, ja. Das war schlimm. Das war schlimm. Hast du eine? Ich hätte schon die nächste. Ja, vielleicht nochmal. Welche HMD würdest du dir empfehlen? Das ist aber Top-Favorit. Das ist ja wieder so diese Grundsatzdiskussion, glaube ich, bei uns beiden. Edelstahl gegen Alu-HMD. Also für mich ist, ich mag Alu-HMDs einfach lieber. Und da ist mein Favorit der Onmo. Ob Onmo oder Kalaut, relativ egal. Aber Onmo kostet halt in der Regel so die Hälfte. Deswegen bin ich einfach beim Onmo. Ja, ich bin bei Edelstahl-HMDs. Für Funnels... Ich weiß nicht, das hat sich irgendwann bei mir einfach so angewohnt gewesen. Für Funnels benutze ich den AO. Und für Mähdlochkopf benutze ich den Akrani. Ja, ich kann's... Einfach nur, damit du beide benutzt? Ich kann's dir nicht sagen, irgendwann hat das angefangen und ich weiß mittlerweile, wenn ich Mähdlochkopf nehme, suche ich mir eine Kranie raus. Und wenn ich ein Funnel nehme, suche ich mir eine Aura raus. Ich kann's dir nicht wahrnehmen. Das ist so weird manchmal. Aber whatever floats your boat. Flipkuh fragt, glaubt ihr, die Shisha-Szene bekommt nochmal so einen Hype wie zu Corona? Ich finde, die Corona-Zeit war einfach ein kompletter Ausnahmezustand, was dieses Pfeifengame angeht. Einfach auch der Tatsache schuldet, dass die Leute, die oft in Bars gehen, das sind ja wirklich viele Leute, nicht in Bars gehen konnten, sich deswegen informiert haben über Pfeifen zum Zuhause rauchen. Und man ja eh viel zu Hause war, man hatte Zeit, man konnte sich darüber informieren, man hatte einen gewissen Konsum auf jeden Fall, den man dafür, was man an Geld ausgegeben hat. Ja, du konntest eh nicht weggehen, du konntest dein Geld nicht ausgeben. Und deswegen denke ich, dass, wenn nicht nochmal so eine vergleichbare Situation sein sollte, wo ich hoffe, dass es nicht so ist, würde es auch nicht nochmal so einen Hype oder so einen Aufschwung in dieser Szene geben. Also, ich hole ein bisschen weiter aus. Also erstmal, Corona war ein Ausnahmezustand, deswegen weiß ich gar nicht, ob man einfach so normal sagen könnte, das hat einen Hype. Genau, ja. Weißt du, weil ein Hype ist für mich was anderes. Das ist so, viele Leute finden das geil und es hat so ein bisschen Schneeball-Effekt und klar war das auch während Corona so, aber der Auslöser war halt ein anderer. Das heißt, die Corona-Zeit musst du einfach generell ausklammern. Und auch wenn so viele Leute sagen, die Shisha-Szene ist tot. Digga, ich bin seit, seit ich 18 bin, ein bisschen in der Shisha-Szene und ein paar Jahre später war ich komplett drin. Und es ging immer stetig nach oben. Und wenn ich die Corona-Jahre ausklammer, dann ist das einfach ein ganz normaler Trend. Wenn du dir die Tabakverkäufe anguckst, sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Da war das dann zum Beispiel vor der 25-Gramm-Regelung letztes Jahr noch geisteskrank und dieses Jahr enorm runter. Ich glaube aber nicht, dass das aussagekräftig ist für alle Leute haben aufgehört. Ich glaube, die Leute, die nur wegen Corona angefangen haben zu Hause zu rauchen, die haben aufgehört und die anderen Leute haben einfach sehr viel gebunkert und müssen deswegen weniger kaufen. Also meiner Meinung nach ist die Shisha-Szene nicht tot. Es ist noch relativ ruhig geworden im Vergleich zu den letzten zwei Jahren während Corona. Ja, vor allem, wenn man einfach mal überlegt, die Leute sagen, wir haben kein stetiges Wachstum in der Shisha-Szene, wenn du überlegst, als wir angefangen haben. Keine Branche hat da ein stetiges Wachstum, wenn man es mit Corona vergleicht. Und was hatten wir, als wir angefangen haben für eine Auswahl an Tabak zum Beispiel? Fünf Marken oder so. Im Vergleich zu dem, was wir uns jetzt alles kaufen können. Früher bist du in den Laden rein, hast ein paar NPS, ein paar Emmys gesehen, das war die Pfeifenauswahl. Heutzutage kannst du dich kaum noch retten von verschiedenen Pfeifen mit Funktionen und Innovationen drin. Das ist geisteskrank. Ja. AgaTV fragt, bringst du irgendwann deinen eigenen Shisha-Tabak raus? Das ist auch eine Frage, die relativ häufig kommt. Nein, auf keinen Fall. Weil, wenn man ein eigenes Produkt macht und über dieses Produkt auf Social Media oder generell in der Öffentlichkeit redet, wird immer davon ausgegangen, dass das Werbung ist. Und Tabakwerbung ist verboten. Wenn ich jetzt hier einen Tengis rauche und ich sage, der schmeckt mir gut, dann ist es keine Werbung für Tengis, das ist einfach meine Meinung. Wenn ich jetzt sagen würde, Hypotheten, Tabak ist der beste Tabak und du solltest dir den auf jeden Fall kaufen gehen, du musst dir den holen, der ist so gut, dann könnte man das als Werbung einstufen. Aber wenn ich sage, ich habe jetzt den Tengis K. Mint geraucht und der schmeckt mir super, dann ist das einfach meine Meinung. Aber hat nichts mit Werbung zu tun. Wenn ich jetzt aber sage, der Shisha-WG-Tabak ist übertrieben lecker, dann wird direkt, weil ich meine Meinung zu meinem Produkt sage, davon ausgegangen, dass es Werbung ist. Fun Fact. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, kauft euch alle eine SWG-Zange, weil das ist die beste Zange, die es auf dem Markt gibt. By the way, die gibt es nicht mehr. Deswegen ist es ein schwieriges Thema gerade. Aber dann müsste ich nicht mal Werbung einblenden. Wenn ich über meine eigenen Produkte rede, wird immer davon ausgegangen, dass es Werbung ist und dass es offensichtlich ist, dass ich meine Produkte verkaufen möchte. Und wenn ich euch sage, kauft euch eine Flashbang, weil die ist geil, dann muss da Werbung stehen und dann müssen wir sagen, das ist Werbung. Wenn ich das für meine Zange mache, wird immer davon ausgegangen, dass das Werbung ist und ich müsste es nicht mal kennzeichnen. Und deshalb können wir keinen Tabak machen. Wir könnten einen Tabak machen, aber dann dürfte ich niemals ein Worten, zu meinem Tabak sagen. Und das erschließt sich mir nicht. Also wenn ich dann nicht mal meinen Tabak rauchen darf. Ich könnte euch ja nicht mal in einem Stream dann sagen, ich rauche gerade den Shisha-WG-Traube-Minse. Weil es direkt als Werbung gekennzeichnet, also nicht gekennzeichnet, aber es würde so aufgefasst werden. Es wäre direkt Werbung und Tabakwerbung ist verboten. Das heißt, ich könnte einen Tabak machen, ich dürfte euch aber nie was davon erzählen, ich dürfte ihn nie irgendwo auf Social Media rauchen und das ist komplett für den Arsch. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die eigenen Tabak machen und ich gönne das denen und ich hoffe, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber so ist es nun mal. Und deswegen möchte ich persönlich das Risiko auf jeden Fall nicht auf mich nehmen. Ja, völlig nachvollziehbar. Und siehst du genauso? Also es gibt auch keinen Directly-Tabak? Nee, auf keinen Fall. Der Directly-Traube, der Directly-Zitrone. Nee, auch nicht. Würde es nicht geben. Schade, schade. Ich würde gerne einen Tabak kreieren, der genauso schmeckt, wie ich das haben möchte. Ja, an sich schon. Es ist so eine Wunschvorstellung. Du wirst aber auch, jetzt abgesehen davon, wahrscheinlich immer irgendwie so ein bisschen Probleme damit haben. Weil gerade, vielleicht mal bei dir ein Extremer, dadurch, dass du sehr, sehr viele Reviews machst, dass man dann vielleicht, dass dann die Aussage kommt, hier ist es überhaupt noch eine komplett neutrale Bewertung, weil er hat ja selber einen Traum-Münze zum Beispiel. Aber den dürfte ich ja eh nie erwähnen. Ja, nee, aber wenn du dann über eine andere Traum-Münze redest, dass dann nicht mehr... Dann sage ich einmal, das ist kein guter Tabak. Ja, nur weil du willst, dass ich deiner Bewertung verkaufe. Ja, okay. Auch wieder da, denke ich, die Leute, die mich seit mittlerweile fünf, sechs Jahren gucken, die wüssten, dass das nichts ist, was ich machen würde. Aber ja, es ist ein Punkt. Aber es ist trotzdem mal so ein Punkt dabei, der so ein bisschen... Ja. Ari fragt eure Meinung nach die beste Allrounder-Five. Gibt's nicht. Kommt drauf an, was du haben willst. Deswegen gibt's jetzt die Hotline Shisha-Cast. Also sag uns genau, was du haben möchtest. Schick uns eine Sprachnachricht an atshishakast auf Instagram und dann können wir dir auch besser helfen. Es ist wie bei Autos. Es ist wie bei Schmuck. Es ist wie bei Mode. Es gibt nicht das Beste, was jedem Mensch gefällt und ultimativ das Beste ist. Manche Leute brauchen einen Truck, wo man viel laden kann. Andere Leute wollen einen Sportwagen. Manche Leute rauchen alleine und wollen eine Einschlauchpfeife. Manche Leute rauchen nur mit Freunden und wollen eine Vierschlauchpfeife. Andere Leute wollen nur kleine... Du verstehst den Punkt. Es gibt nicht die Allrounder-Pfeife, die für jeden die beste Pfeife ist. Gibt's einfach nicht. Persönliche Bedürfnisse, persönliche Auswahl. Wann ist der nächste Triathlon, für den du trainierst? Wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Dieses Jahr gibt's keine Events mehr und deshalb wird jetzt über den Winter trainiert und nächstes Jahr würde ich dann gerne unter die drei Stunden Zeit auf der olympischen Distanz. Also 15 Sekunden gilt es... Äh, 15 Minuten gilt es zu sparen. Ja, wenn ich das mache, will ich einfach nur durchkommen. Ja, für den ersten sollte das... Das erste Ziel sollte sein, einfach durchkommen und das zweite Ziel sollte sein, mit einem Lächeln im Gesicht finischen. Das sollte das zweite Ziel sein. Was maybe nicht für den ersten machbar ist. Ja. Hast du noch eine? Ja, einfach so eine ganz Standardfrage. Mich würde es einfach mal auch interessieren, ob du da momentan was hast. Basilisk gefragt, nämlich, was zur Zeit deine bevorzugte Pfeife oder Lieblingspfeife... Hast du irgendeine, die momentan so mit am häufigsten raus war, wo du wirklich lieber zugreifst, als vielleicht andere momentan? Äh, also ich muss unterscheiden für Funnel und Meerloch, weil ich mittlerweile echt krass auf dem Trip bin, dass die Pfeifen, die ich für Funnel nehme, die haben ja meistens einen zu guten Durchzug für Meerloch. Bei Meerloch will ich ein bisschen ziehen müssen und ich baue halt sehr fluff die Meerloch-Köpfe, deswegen bei Meerloch-Köpfe habe ich keinen klaren Favorit, aber da nehme ich meistens was mit einem etwas schwergängerem Durchzug, also irgendwas, wenn ihr jetzt wegen meiner Durchzugsskala so um die 400 Pascal finde ich dann ganz angenehm. Was? Diese Angabe, ich finde das so krass immer noch. Ja, das ist geil. Ja. So, und für Funnel würde ich sogar sagen, im Moment am meisten die Future. Die Future? Ja, die rauche ich glaube ich gerade am meisten. Krass, bei mir ist die Flashbang. Ja, die Flashbang, da habe ich nämlich auch überlegt, die kommt sehr nah dran. Ja, Flashbang ist momentan so eine Pfeife, die könnte ich auch so daily einfach durchrauchen. Ja, fühle ich. Future könnte ich mir eigentlich auch mal wieder auspacken. Habe ich mir ja Bock drauf, habe ich länger nicht mehr geraucht. Also ich rauche die gefühlt andauernd. Gibt es gerade etwas in der Shisha-Szene, auf das du maximal gehypt bist? Also ich freue mich jetzt sehr auf die Inter-Tabak, aber was Produkte angeht, ich bin sehr gespannt auf das Zwei-Komponenten-System von Eino. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber abgesehen davon, ne. Ich finde, dieser Punkt von gehypt sind ist auch der, wo du weißt, es kommt etwas, aber du kannst es noch nicht haben. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, gibt es vielleicht auch gerade für uns nicht viel, wo wir sagen können, wir wissen, dass das und das kommt, aber haben es nun nicht. Ja. Das ist halt, wir haben doch relativ viele Sachen halt schon, die wir auch testen konnten. Aber es kam jetzt auch einfach in der ersten Hälfte vom Jahr sehr viel, ne. Ja. Die ganzen Pfeifen, die zur Messe kamen, jetzt die ganzen Köpfe und so weiter. Ja. Popo jetzt unnötig wegen Low-Load und Shroom. Also erstmal, der Shroom ist näher am Popo dran als am Low-Load für mich. Ja. Ja, unnötig ist immer so die Frage, ne. Also der Popo ist jetzt praktisch der Low-Load für zwei Leute. Also wenn du eine Pfeife mit mehreren Leuten raust, dann würde ich sagen, kannst du auf einen Popo wunderbar hinkommen, wenn du mit 22, 23 Gramm baust. Ja. Ja, aber Low-Load ist für mich schon das Nonplus-Ultra bei UKRAIN gerade. Oder Low-Lip, was in einer anderen Form ist. Am Ende ist es einfach immer subjektive Wahrnehmung und du musst einfach wissen, was du willst. Also manche sagen ja vielleicht auch hier, ich rauche einen Popo lieber als einen Low-Load. Aus irgendwelchen Gründen, aber dann ist es halt so. So für mich wäre zum Beispiel, wo ich sagen würde, Low-Load auf jeden Fall am relevantesten bei UKRAIN momentan aufgrund der Sachlage mit 25 Gramm und der Performance hier bietet. Danach würde für mich eher der Popo kommen und dann halt der Shroom, weil Shroom finde ich momentan eher so außerhalb des Designs nicht so relevant, dass ich sage, das wäre noch ein Kopf, den ich mir kaufen würde. Ja. Natürlich. Candyman, die fragt, wie viele Köpfe raucht ihr am Tag und wie geht es euren Lungen damit? Ich bin selbst suchti. Also ich würde sagen, ich rauche im Moment so zwei bis drei Köpfe. Ja, bin ich auch. Oft sogar eher nur zwei im Moment, weil mit Sport und im Sommer viel draußen und so. Also allein Sport frisst halt so viel Zeit mittlerweile, dass ich gar nicht mehr die Zeit habe, um irgendwie vier oder fünf Köpfe am Tag zu rauchen. Ja, bei mir ist es auch so, unter der Woche würde ich sagen, bin ich bei meinen zwei Köpfen und am Wochenende eigentlich bei meinen dreien kann auch mal sein, dass ich einen vierten Rauch rauche, das ist eher unwahrscheinlich. Bei mir ist es eher Stream- oder Nicht-Stream-Tage. An Nicht-Stream-Tagen bin ich oft bei 1, 2 und an Stream-Tagen bin ich oft bei 3, 4. Und wie geht es meiner Lunge damit? Ich würde behaupten, wunderbar. Ja, also gerade jetzt, wo ich wieder so viel Sport mache, ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie meine Performance wäre, wenn ich nicht viel Pfeife rauchen würde, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt geisteskrank eingeschränkt bin beim Sport oder weniger schnell Trainingsfortschritte habe als andere Leute. Also, wenn dir jemand irgendwie gesagt hätte, mit einer Shisha-Lunge, du rauchst seit zehn Jahren Shisha und jetzt willst du hier einen Triathlon machen, kannst du knicken. Nee, habe ich gemacht, halt dein Maul. Ja, ich muss auch sagen, ich bin eigentlich, fühle mich jetzt nicht irgendwie krass eingeschränkt. Wo ich es merke, ist, wenn ich jetzt direkt den Kopf rauche und dann ins Training fahre, da merke ich den Impact vom Kopf. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt einen allgemeinen Impact von Shisha-Rauchen auf meine sportliche Performance. Und als kleiner Disclaimer, wir wollen damit nicht sagen, das ist gesund, das ist ungesund, das ist Rauchen, das wird ungesund sein. Aber unsere Meinung zu dem Thema war gefragt und das ist meine Meinung zu dem Thema. Lea fragt, wollt ihr mal heiraten? Also, ich mag den Alex sehr, aber ich wollte ihn jetzt nicht heiraten. Was? Nix für ungut. Warum? Ich glaube, da hat deine Freundin ein Problem damit. Ja, dann gehe ich. Und meine auch. Spaß beiseite. Ich, ja, ich glaube schon. Ja. Also, ich bin ja jetzt nicht so ultimativ Huck, dass das unbedingt sein muss. Wenn sich das ergibt, ja, stelle ich mir schon cool vor. Ja, also, ich sage jetzt nicht, ich muss unbedingt heiraten, aber ja, ich würde gerne heiraten. Ja, same. Also, ich muss auch sagen, ich finde heiraten doch schon sehr relevant, vor allem, äh. Das ist wirklich die Emotionslose. Nein, 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 nein. Also, ich würde sagen, heiraten ist definitiv relevant. Nein, also, ich, ich, es gehört für mich irgendwie dazu, also, es gehört für mich dazu, weil... Achievement unlocked. Nein, weil ich finde, äh, ich würde gerne auf jeden Fall auch Kinder haben. Und zu einer Family und Kindern, finde ich, gehört eine Ehe irgendwo dazu. Vielleicht bin ich dann auch ein bisschen zu konservativ geprägt noch. Aber ich finde, das ist, also, in meinem, in meinem perfekten Bild... Ja. Ist so so... Dieses klassische Familienbild. Ja, genau. Ich bin, ich bin verheiratet mit einer Frau, die ich liebe. Ja. Und wir haben Kids. Ja. So, das, es gibt natürlich, mach, was du willst, so. Ja, ja, klar. Aber... Es geht ja um deine Meinung. Genau, und deswegen würde ich auf jeden Fall ja sagen. Ja. Ich bin mir bei Kindern gar nicht mehr 100% sicher. Früher war ich immer die ganze Zeit so safe, 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 safe. Ich bin jetzt nicht gegen Kinder. Mhm. Aber ich, also, irgendwie ist der Gedanke auch so ein bisschen so, ah, die Welt geht echt vor die Hunde. Keine Ahnung, ob das unbedingt sein muss. Das wäre auch so der Punkt, wo ich sage, so, willst du ein Kind in der Welt, die einfach für den Arsch ist? Ja. Also, ähm, das ist natürlich der eine Punkt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Kinder dir einfach so viel... Aber ist das dann nicht egoistisch, wenn du schon sagst, die Welt ist jetzt nicht so, wie du es dir wünschen würdest und du weißt, Kinder haben viel Struggle und das wird in Zukunft auch nicht weniger. Aber weil du für dich den Sinn in Kindern siehst, so sind es lebensmäßig, willst du trotzdem Kinder? Ich finde das so eine richtig schwierige Grundsatzfrage. Safe. Weil, ähm, natürlich kannst du dann sagen, ja, okay, dann macht ein Kind so rein aus der Perspektive gar keinen Sinn in der Hinsicht. Aber vielleicht müssen wir bei Kindern auch einfach nicht über Sinn diskutieren. Ja, genau. Das glaube ich ist auch einfach falsch in dem, in dem Punkt. Ja. Weil, so, so, so dieser Gedanke, es läuft so, so, so ein Teil von dir rum, mit dem du Zeit verbringen kannst, oder mit dem, den du aufwachsen siehst. Ja. Und siehst so, wie, 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 wie das wirklich halt wirklich ein Teil von dir ist, das stelle ich mir schon sehr, sehr krass. Ja. Ja, das ist zum Teil schon so ein bisschen Live-Reset, ne? Ja. Ja, also, ne, ich wollte damit nicht sagen, ich bin irgendwie gegen Kinder oder will jetzt auf keinen Fall Kinder, aber, äh, früher hätte ich gesagt, ich will zu 100% irgendwann Kinder, komme, was wolle. Und mittlerweile bin ich so, ich hätte schon gern Kinder. Ah, maybe nicht. Ich bin mir da selbst noch nicht so sicher. Äh, wie läuft die Vorbereitung auf den Triathlon bei Alex? Ja. Was, Vorbereitung? Ne, also, ähm, ich mache nun wieder noch die eine oder andere Kardio-Einheit. Sorry, die Frage war übrigens von toasty-brot. Wichtig. Ne, ähm, ist, ich würde nicht sagen, dass es gut läuft, weil ich einfach, dadurch, dass es keinen mehr gibt, jetzt in nächster Zeit, ich sage, okay, ich muss jetzt nicht komplett reinholzen. Ähm, aber ich habe es auf jeden Fall in Angriff genommen, doch öfter mal wieder Kardio-Zumauer. Deswegen geht der Alex ja heute auch mit mir schwimmen. Nein. Aber aktives Kardio-Zumauer, allgemein mal schwimmen zu gehen oder mal wieder laufen zu gehen draußen. Und das, ja. Ja, finde ich gut. Und Mo hat jetzt ein Fahrrad, das heißt, äh... Ja, Mountainbike. Hat kein Fahrrad, der hat ein Mountainbike. Ich habe auch ein Mountainbike. Ja, hast kein Fahrrad, der hat ein Mountainbike. Und die letzte Frage von Rudolf Niklika. Rudolf Niklika. Virginia im Meerloch und wenn ja, wie gebaut? Äh, nein. Nein. Also, Virginia funktioniert einfach besser im Funnel. Virginia im Meerloch rauchen ist unnötig. Ja, sehe ich auch nicht. Also, ich sage mal, wenn du einen Kopf hast, der zu mehr als 60, 70 Prozent aus Darkblend besteht, sehe ich auf jeden Fall einen Sinn im Meerloch. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Auch wenn ich trotzdem überwiegend persönlich Funnel rauche. Funnel? Aber Virginia ist unnötig. Raucht den im Funnel, kommt tausendmal besser. Ja, also ich muss auch sagen, ich baue ja meiner Freundin hin und wieder auch Virginia-Mischungen mit ein bisschen Darkblend im Meerloch-Kopf. Da würde ich aber zum Punkt kommen, wie baut man den? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen sehr dickwandigen Meerloch zu nehmen, wo nicht zu schnell die direkte Hitze ankommt, sondern wo ihr wirklich ein bisschen mehr spielen könnt. Also ein Beispiel bei mir wäre jetzt ein Muscle Rimsia, den ich dann nehme, weil ihr dadurch die Hitze viel besser regulieren könnt und das Geschmackserlebnis im Meerloch ist einfach anders als im Funnel. Und ich habe das Gefühl, dass Virginia im Meerloch oft mal so ein bisschen trüber ist einfach und da würde ich eher empfehlen, ein bisschen weniger Hitze zu benutzen. Ja, also könnt ihr machen. Ich bin der Meinung, einfach Funnel nebenbei, Virginia und fertig. Alright, Folge 47, check. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne noch eine Bewertung da, das würde uns auf jeden Fall freuen. Denkt an die Hotline, Hotcast wollte ich gerade sagen. Hotcast. Denkt an die Hotline ShishaCast, also wenn ihr da Fragen habt und die gerne per Sprachnachricht mit dem ShishaCast hättet, schickt uns gerne eine Sprachnachricht an den ShishaCast. Ansonsten, Kuss fürs Zuhören und wir hören uns nach der InterTabak. So sieht's aus. Tschüss. Macht's gut.